Hallo miteinander! Herzlich willkommen zu diesem Website Creator Webinar. Mein Name ist Clemens Forster und ich darf euch heute unseren Homepage-Baukasten den Website Creator erklären und euch auf dem Weg zu eurer eigenen Webseite begleiten. Mit dem Website Creator könnt ihr innerhalb von wenigen Stunden eure Webseiten von 0 auf 100 selber aufbauen und online stellen. Der Website Creator ist von der Hostech GmbH in Richterswil entwickelt worden und somit habt ihr, wenn ihr Fragen habt, die Möglichkeit uns anzurufen oder uns zu schreiben und es antwortet jemand auf Schweizerdeutsch oder auf Deutsch. Das heisst, ihr habt wirklich sehr nahe Kundensupport. Der Website Creator ist so aufgebaut, dass wir als erstes ein Template wählen. Das ist eine Vorlage für eine Webseite. Die sind von unseren Grafikern erstellt worden. Mittlerweile über 50 Stück und es werden immer mehr. Und nachher passen wir das Template auf unsere Ansprüche an. Wenn ihr das Template gewählt habt, habt ihr theoretisch schon eine fertige Webseite. Das Problem ist ein wenig, da sind nicht eure Text drauf, nicht eure Bilder, vielleicht fehlen Videos oder andere Inhalte, die ihr gerne drauf hättet. Und das ergänzen wir im Laufe des Webinars immer mehr, sodass am Schluss eure Wunschwebseite dabei rauskommt. Nach der Wahl des Templates gehen wir weiter zu der Struktur unserer Seite. Dort geht es darum, was brauchen wir überhaupt auf unserer Seite. Noch nicht inhaltlich, aber strukturmässig. Es geht darum, welche Menüpunkte wir haben möchten. Jeder braucht eine Startseite. Ohne Startseite kann die Webseite gar nicht funktionieren. Dann gibt es ein paar rechtliche Sachen, wie Impressum und Datenschutz, die wir sicher auf der Seite haben möchten. Vielleicht braucht ihr ein AGB. Aber alles andere ist sehr abhängig von eurem Projekt. Braucht ihr eine Über-uns-Seite, die ihr euch eine Firma vorstellt? Braucht ihr vielleicht ein Produktportfolio? Braucht ihr eine Galerie? Braucht ihr eine Auflistung von Dienstleistungen, die ihr anbietet? Das ist wirklich sehr abhängig von eurem Projekt. Nach dem Aufbau unserer Seite, also der Strukturierung, gehen wir in Editorteile. Das ist der grösste Teil. Dort sind wir im interaktiven Baukasten an und für sich, wo wir Text, Bild, Video usw. alles an Ort und Stelle platzieren können, wie wir es gerne hätten. Nachdem kommen wir zu der Mobile-Optimierung. Und wenn wir von Mobile reden, reden wir immer von Smartphones. Das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Über 60% von allen Webseiteaufrufen kommen heute über Smartphones. Und darum wäre es sehr fahrlässig, wenn unsere Webseite nicht auf Smartphones optimal aussehen würde. Keine Angst, der Website-Creator macht alles für Smartphones schon. Aber es gibt noch einige Sachen, die ihr anpassen könnt, die vielleicht noch ein bisschen mehr euren Vorstellungen entspricht. Nach der Mobile-Optimierung schauen wir Gestaltung an. Dort geht es nicht darum, dass ihr irgendwie eine grafische Ausbildung oder so haben müsst. Das erwarten wir nicht von euch. Viel mehr geht es um so Basics wie, braucht ihr nicht 50 Farben, sondern vielleicht eher 3-4 Farben. Dass es professioneller rüberkommt. Und werdet nicht wahllos irgendwelche Schriftarten verwenden. Sondern immer wieder die gleichen 2-3 Schriftarten. Damit eure Webseite einheitlich auftritt und nicht irgendein Chaos dort entsteht. Nachdem kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsteil. Das ist die Suchmaschinenoptimierung. Und das ist sehr wichtig, weil Webseite an und für sich ist cool. Aber wenn sie keinen Besucher hat, dann ist sie eigentlich ein wenig vergeben gemacht worden. Und die meisten Besucher gewinnen wir einfach über Suchmaschinen. Um eine zu nennen, die euch alle kennen. Google natürlich. Und es reicht nicht, euch alles über Suchmaschinenoptimierung zu zeigen oder zu erklären, was man könnte. Aber es gibt euch ein gutes Fundament, die euch einfach schon ein wenig weiter bringt, als alle, die noch nie etwas von Suchmaschinenoptimierung gehört haben. Und ganz am Schluss schauen wir noch den Online-Shop an. Der Website Creator ist komplett mit einem Online-Shop ausgestattet. Das heisst, ihr könnt eure Projekte online verkaufen. Ihr könnt auch Kreditkartenzahlungen entgegennehmen. Und das möchte ich euch unbedingt auch zeigen, wie das funktioniert. Bevor das wir jetzt loslegen, ist wichtig, dass wir irgendwie ein Website Creator Account haben. Wenn ihr schon ein Konto habt, loggt euch unbedingt ein. Ansonsten könnt ihr euch 14 Tage gratis einen Demo-Account anlegen, wo ihr alle Funktionen ausprobieren könnt. Und das zeige ich euch gerade, wie das funktioniert. Ich bin hier auf der Hostech-Webseite. Auf diese kommt ihr auch über www.hosttech.ch Und dann müssen wir hier auf die Homepage-Baukaste unterseiten gehen. Wenn wir dort ein wenig abscrollen, dann sehen wir hier Online-Demo. Und wenn wir hier draufklicken, wird für uns eine kostenlose Demo angelegt, die wir, wie gesagt, 14 Tage gratis brauchen können. Und bei Bedarf nachher auch behalten können. Also ihr verliert nichts, wenn ihr später unser Produkt nutzen möchtet. Ich klicke jetzt einmal auf Online-Demo. Und dann wird für mich im Hintergrund ein Gratis-Account angelegt, wo wir nachher mitschaffen können. Wenn ihr das erste Mal in Website Creator reinkommt, seht ihr hier ein Pop-up, das euch herzlich willkommen heisst. Das können wir auch mal weiterklicken. Und dann kommt schon das Erste, das wir ausfüllen müssen. Und zwar die Hauptsprache. Der Website Creator kann mehrsprachige Webseiten machen. Trotzdem braucht er immer eine Hauptsprache. Von dieser aus wird nachher alles übersetzt. Meistens ist das die Sprache, die ihr als Erstes möchtet, fertig haben. Meistens ist das auch eure Hauptsprache, also eure Muttersprache. Bei mir ist Deutsch, Schweiz gerade richtig. Darum gehe ich hier weiter. Und dann müssen wir für einen Online-Shop auch schon gewisse Einstellungen setzen. Das müsst ihr nicht machen, wenn ihr keinen Online-Shop habt. Beziehungsweise wenn ihr nicht das Online-Shop Abo habt. Allerdings ist der Demo-Account immer mit allen Funktionen ausgestattet. Darum müssen wir das sowieso ausfüllen. Da geht es aber nur darum, in welcher Währung unser Online-Shop funktionieren soll. Und mit welchem Mehrwertsteuersatz gerechnet werden soll. Beide Einstellungen könnt ihr später wieder anpassen. Also keine Angst, wenn ihr da irgendetwas ändern möchtet. Ihr legt es euch nicht jetzt schon für immer fest. Mehrwertsteuern können auch komplett deaktiviert werden. Wenn ihr zum Beispiel nicht mehrwertsteuerpflichtig seid. Das heisst, auch das sehen wir im Shop nachher noch etwas neuer. Ich lasse das jetzt einfach auch mal so und gehe auf Weiter. Und dann sehen wir hier noch so ein Erste-Schritte-Video. Das können wir überspringen. Das sehen wir im Webinar sowieso auch alles. Dann müssen wir uns noch nicht damit befassen. Darum mache ich hier Speichern. Und dann bin ich hier auf meiner Projektübersicht. Also was wir hier sehen, ist die Projektübersicht. Und hier oben links sehen wir, für welche Domain der Website Creator aktiv ist. Der Website Creator ist immer für eine Domain-Name aktiv. Und ein Domain-Name ist die Adresse im Internet. Der Domain-Name von Hosttech ist zum Beispiel hosttech.ch. Bei euch wird das meinefirma.ch sein zum Beispiel. Und da ich jetzt in einem Demo-Account bin, ist da eine zufällig generierte Domain gewählt worden. Wir haben hier eine Demo und dann irgendeinen Zahlpunkt. Mywsc.site Also wenn ihr eine Demo gestartet habt, seht ihr ebenfalls so etwas Ähnliches. Ansonsten steht da schon euer Name der Website drin. Jetzt, wir können mehrere Projekte haben für unsere Website. Und das brauchen wir immer dann, wenn wir eigentlich alles an der Seite mal überarbeiten möchten. Oder anders gesagt, die meisten von euch brauchen das nie. Weil ihr habt sowieso einfach eure Website online. Wenn es mal irgendwie ein komplettes Design oder Redesign von eurer Seite oder eurer Brand gibt, dann ist das sehr hilfreich. Weil ihr könnt mehrere Projekte haben. Das eine ist online und die Besucher gesehen haben. Und ihr könnt parallel einfach ein zweites Projekt gross ziehen. Und sobald ihr zufrieden seid, könnt ihr sagen, jetzt soll Projekt 2 online gestellt werden. Und dann ist Projekt 1 nicht mehr sichtbar online. Also für das braucht ihr Projekt. Mindestens ein Projekt brauchen wir aber. Und das machen wir dann über Starten Sie Ihr erstes Projekt. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und dann müssen wir dem Projekt einen Namen geben. Ich nenne mein Projekt Webinar. Damit ich weiss, wo das ich erstellt habe. Dann auf Erstellen. Und dann wird uns da nochmal ein Popup anzeigt, das genau das erklärt, was ich vorhin erklärt habe eigentlich. dass wir für den Domain Namen, den ihr jetzt habt, mehrere Projekte erstellen können. Wenn man ein neues Domain möchte, beziehungsweise eine komplett neue Webseite möchte haben. Ein neues Projekt im Sinne von eine neue Firma oder vielleicht noch für einen Verein, den ihr habt, müsst ihr einen neuen Website Creator machen. Damit wir das wissen, können wir da Meldung zukünftig nicht mehr anzeigen. Und OK. Nachdem ihr das Projekt erstellt habt, kommt ihr automatisch in die Auswahl von den Templates. Also von den Webseitenvorlagen. Und da ist es wichtig, dass ihr wisst, auf was man achten muss. Meistens lassen wir uns vom ersten Eindruck felle leiten, beziehungsweise uns spricht gerade ein Template an, und wir denken, das ist perfekt. Vielleicht ist es aber gar nicht das perfekte Template für uns. Wenn ich jetzt möchte eine Tierpension aufmachen, dann würde ich wahrscheinlich hier und mich durch die Vorlage durchschauen. Und irgendwo da unten sehe ich nachher ein Template, das Tierheim heisst. Ich sehe, das Busy hilft Tieren in Not als Motto. Und ich würde mich sofort in das Template verlieben und denken, das ist genau das, was ich gesucht habe. Aber ist es das wirklich? Vielleicht nicht. Weil Tierheim ist nur der Name dieses Templates. Das hat überhaupt nichts mit eurer Seite an und für sich zu tun. Das Busy ist nur ein Bild. Da könnt ihr auch irgendetwas anderes im Hintergrund als Bild haben. Und der Text ist sowieso Text, den ihr bearbeiten könnt. Also all das, was uns gerade angesprochen hat, ist einfach Inhalt, den ihr selber bearbeiten könnt später. Viel wichtiger ist es, auf diese Sachen zu achten, die ihr nicht bearbeiten könnt. Das ist nicht viel, aber es gibt durchaus Sachen, die vom Template vorgegeben sind und später nicht mehr von euch bearbeitet werden können. Wir reden da nicht von Inhalt, sondern viel mehr vom Grundlayout, wo wird etwas angezeigt. Und ich versuche euch das ein wenig zu zeigen, indem wir nochmal ganz hoch gehen. Und auch mal beim ersten Template, wenn wir da drüber fahren mit dem Aus und dann auf Vorschau gehen, sehen wir in voller Grösse schon mal, wie das Template würde aussehen, wenn wir uns für das entscheiden würden. Und wir haben jetzt hier Linden und Partner. Das wird später unser Logo sein. Nicht genau das, aber an diesem Ort. Also selbstverständlich wird euch das Logo dort angezeigt. Ihr müsst nicht immer Linden und Partner dort haben. Aber es wird an dieser Position angezeigt. Das Gleiche gilt hier oben für das Hauptmenü. Das Hauptmenü wird dort oben angezeigt. Keine Angst, ihr könnt auch 5 oder 6 Menüpunkte machen. Und ihr könnt die auch so benennen, wie ihr wollt. Aber es wird hier oben angezeigt. Wenn ihr nur einen Punkt habt, ist der vielleicht in der Mitte. Wenn ihr 5 Punkte habt, wird es halt etwas breiter. Aber es wird hier oben horizontal euch das Menü dargestellt werden. Die beiden Sachen kommt immer in euren Inhalt rein. Aber er wird dort angezeigt, was das Template vorgesehen hat. Also Logo und Menü. Tönt euch also vor allem auf die beiden Sachen achten, wenn ihr euch für ein Template entscheidet. Wenn wir jetzt aus der Vorschau rausgehen, klicken wir oben auf Schliessen. Und wir schauen gleich noch das zweite Template an. Das ist unser Architekten-Template. Das ist ziemlich anders aufgebaut. Wir haben hier auch das Logo oben links. Aber das Menü ist das mal auf der linken Seite. Oder anders gesagt, der ganze linke Bereich ist automatisch eingesetzter Inhalt. Mit eurem Logo und eurem Menü. Auf der rechten Seite haben wir dafür all das, was wir beliebig bearbeiten können. Wenn wir hier kein Bild möchten, nehmen wir es raus. Wenn wir hier ein Formular möchten, tun wir ein Formular rein. Das kommt alles später. Aber jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, wo ist das Menü und wo ist das Logo. Und bei diesem Template wird das immer in dieser Reihenfolge auf der linken Seite dargestellt werden. Wie gesagt, euer Logo, euer Menüpunkt, aber an diesen Positionen. Auch hier wieder schliessen. Bitte nie oben rechts im Browser auf das rote Kreuzchen drücken. Dann fallen wir aus dem Browser raus. Und dann müsst ihr euch wieder einloggen. Das könnte ein bisschen mühsam werden. Wir haben immer irgendwo eine Schaltfläche, um etwas zu machen. Das heisst, ihr müsst nie oben rechts auf das rote Kreuzchen drücken. Wir schauen noch ein letztes an. Gerade hier das Auto Garage AG Template. Auch hier wieder auf Vorschau. Und da haben wir jetzt nochmal etwas komplett anderes. Das Logo ist zwar hier wieder in der Mitte der Seite platziert. Auch hier, es wird euch ein Logo sein. Keine Angst. Aber das Menü ist schon mal einfach nicht sichtbar auf den ersten Blick. Das ist, weil wir hier oben links ein sogenanntes Burger Menü haben. Burger darum, weil es einfach drei Balken sind. Es sieht so aus wie Brot, Fleisch, Brot. Wenn wir hier draufklicken, kommt nachher das Menü auf der linken Seite rein. Und so etwas eignet sich vor allem dann, wenn ihr nicht wollt, dass die Leute zu viele verschiedene Seiten anschauen. Wenn das Menü oben ist, ist es meistens sehr gut sichtbar. Und die Leute navigieren eher auf eurer Seite herum. Wenn ihr es auf der linken Seite versteckt hinter dem Burger Hand, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass Leute mehrere Seiten anschauen. Braucht das Template, also vielleicht vor allem dann, wenn ihr möchtet, dass Leute auf der Seite, wo sie drauf gekommen sind, als erstes verweilen und dort vielleicht gerade etwas kaufen oder euch gerade kontaktieren. Also sogenannte Landing Pages, die nur ein einziges Ziel verfolgen. Für das ist das super. Das Menü können wir auch wieder schliessen, mit dem Kreuzli. Und auch da das Template können wir wieder zu machen. Und dann auf Schliessen, hier oben rechts klicken. Wie gesagt, wir haben eine grosse Auswahl an Templates. Schaut euch dort durch und wählt das aus, was euch am besten gefällt, was Logo und Menüposition angeht. Jetzt haben wir noch ein paar andere Sachen. Zum Teil auch wichtig, zum Teil weniger wichtig. Auf der linken Seite haben wir auch zum Beispiel Kategorien. Normalerweise habt ihr alle angezeigt. Ihr könnt aber auch hier City, Hochzeit, Musik und so weiter auswählen. Braucht es, wenn es euch hilft. Aber im Grunde dünnt ihr auch dort euch mehr einschränken, als euch helfen. Weil zum Beispiel wäre jetzt das Architekt Template wahrscheinlich bei Design drin. Und wenn ihr euch schon auf Design festlegen habt, dann habt ihr halt viel weniger Templates zur Auswahl. Obwohl es ja eigentlich wirklich inhaltlich immer an euch liegt, was da drauf landet. Also meine Empfehlung ist, dass ihr alle Kategorien drin und aus allen Templates aussuchen könnt. Wichtiger ist da die Kompatibilität. Nicht ganz alle Templates sind mit dem Onlineshop kompatibel. Also wenn ihr einen Onlineshop machen wollt, dann habt ihr unbedingt den Haken da rein. Ihr seht dann, es fallen ein paar weg. Es bleiben immer noch genug Templates zur Auswahl. Aber gewisse sind halt nicht für Onlineshop kompatibel. Also wenn ihr momentan noch keinen wollt und später vielleicht einen, dann müsst ihr später nicht das Template wechseln. An und für sich ist der Wechsel des Templates keine grosse Sache. Ihr verliert euch den Inhalt nicht. Das kann einfach genommen werden und in ein neues Template gesetzt werden. Aber ihr müsst Farben und Schriftarten und so halt nochmal neu anpassen, weil die vom Template vorgegeben sind. In erster Linie, bis ihr die halt bearbeitet habt. Was wir auch noch haben, ist hier unten ein Farbfilter. Der ist sehr minimalistisch und wir finden den auch nicht irgendwie rosa oder violett. Im Grossen und Ganzen empfehle ich den nicht unbedingt zu verwenden. Wenn ihr schon ein Template gefunden habt und das gibt es vielleicht auch in einer Farbe angenommen. Oder ihr möchtet eure Seite rot machen und ihr findet das Baby-Template am besten. Dann nehmt euch das Baby-Template gerade in rot. Ich sage immer, dann habt ihr schon mal einen Grafiker darüber geschaut und sagt, mal rot passt zu dem Template. Das ist einfach so ein bisschen wie ein Pluspunkt, den ihr habt. Aber im Endeffekt könnt ihr eure Farbe immer selber setzen. Von dem her ist es wirklich egal, welche Farbe da vorgegeben ist am Anfang. Gut, wenn ihr euch für ein Template entschieden habt. Ich schaue hier schnell durch. Ich nehme hier das Holzwerkstatt-Template. Und daraus eine Pizzeria machen. Einfach um zu zeigen, Holzwerkstatt, Pizzeria, völlig etwas anderes. Es kommt wirklich nicht darauf an, was das Thema da ist. Ihr könnt alles aus jedem Template machen. Wenn ich also zufrieden bin, gehe ich wieder hier drüber. Und wähle dann auswählen statt Vorschau machen. Und dann wird das Template geladen. Und dann komme ich automatisch weiter in die Menüstruktur von meiner Seite. Jetzt sind wir hier bei der Menüstruktur. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir hier schon diverse Menüpunkte angelegt. Das ist jetzt sehr abhängig davon, welches Template ihr gewählt habt. In meinem Fall... Sind wir hier schon eins zu weit? In meinem Fall habe ich die Holzwerkstatt gewählt. Darum habe ich hier so Sachen wie Möbel, Bodenbeläge und Restauration. Das wollen wir jetzt anpassen. Wie gesagt, ich möchte eine Pizzeria machen. Und wir probieren jetzt das Menü so zu machen, dass es eben auch auf einer Pizzeria stimmt. Die Homesite lassen wir sicher mal. Die anderen schauen wir nachher, wie wir diese bearbeiten können. Bevor wir aber die Seite bearbeiten, schauen wir uns die ganze Übersicht an. Was wir da überhaupt machen können. Wir haben hier ein Hauptmenü. Und weiter unten haben wir ein sekundäres Menü. Und der Unterschied bei denen ist, dass das Hauptmenü meistens sehr präsent. Meistens oben oder links bei der Webseite angezeigt wird. Und sehr schnell darauf zugegriffen werden kann. Dort rein soll alles, was ihr euch ein Ziel erreicht. Also dort, wo ihr Geld verdient. Oder dort, wo ihr Mitglieder werbet für einen Verein. Dort, wo ihr Kontaktanfragen für Leadgenerierung sammelt. All das soll ins Hauptmenü. Im sekundären Menü sollen Sachen, die zwar auch wichtig sind. Unwichtige Sachen lassen wir ganz weg. Auch wichtig sind, aber euch dem Ziel nicht näher bringen. Zum Beispiel kommen da rein Impressum, Datenschutz, AGB. Das sind Sachen, die zwar wichtig sind, aber es bringt euch nichts, wenn irgendeiner von euren Besuchern eure AGB-Auswendung lernt. Darum wird das ins sekundäre Menü kommen. Was ebenfalls ins sekundäre Menü reinkommt, sind Social Media Links. Social Media ist zwar oder kann zumindest sehr zielführend sein. Allerdings stimmt da die Richtung nicht. Ihr möchtet Leute über Social Media zu euch holen und nicht von eurer Seite auf Social Media schicken. Wenn ihr auf Facebook verlinkt und das sehr prominent ist, könnt ihr davon ausgehen, dass ziemlich viele Leute darauf klicken. Und wenn ihr auf Facebook verlinkt, dann klickt jemand drauf, muss zuerst 15 Nachrichten beantworten und hat nachher schon wieder vergessen, dass er eigentlich bei euch auch etwas hätte machen wollen. Darum probieren wir eher die Links ein wenig dezent zu verstecken. Die Leute, die es wollen, finden sie. Aber wir klicken die Leute nicht darauf hoch, dass sie jetzt auf Facebook gehen sollen. Darum im sekundären Menü. Wenn wir jetzt auf dieser Ansicht sind, sehen wir verschiedene Spalten. Und in der ersten Spalten, die keine Titel hat, haben wir wieder so drei Bälke. Und mit dem verschieben wir die Reihenfolge vom Inhalt verschieben. Und das Ganze funktioniert mit Drag & Drop. Das heisst, ich klicke drauf, behalte die Maus geklickt und ziehe dann das Element an eine andere Position. Sobald ich zufrieden bin, lasse ich einfach los. Und so haben wir jetzt Unternehmen von ganz oben hier runter geschoben. Wir machen das gerade nochmal schnell rückgängig. So. Was man auch machen kann, ist Elemente von links nach rechts ziehen. Zum Beispiel Kontakt hier rüber ziehen. Und ihr seht, es verändert sich die Ansicht. Und sobald es hier so blau wird, wird es ein Unterpunkt vom Punkt, der oben dran ist. In diesem Fall Unternehmen. Und das sieht dann so aus. Also jetzt ist Kontakt ein Unterpunkt von Unternehmen. Und was das bedeutet ist, wenn ich jetzt auf meine Webseite würde, dann sehe ich im Menü Home. Obla. Home, Produkteportfolio, Unternehmen. All die Punkte, die untergeordnet sind, sehe ich nicht auf einen Blick. Wenn ich aber mit dem Mauszeiger über Produkteportfolio fahre, sehe ich die drei Unterpunkte, die nachher so als Liste unten rausfahren. Das gleiche gilt dann auch für Kontakt, wenn ich auf Unternehmen draufgehe mit dem Mauszeiger. Wenn ich jetzt wieder möchte, diesen Punkt zu einem Hauptpunkt zu machen, ziehe ich diesen Punkt einfach nach links. Und dann ist er wieder auf der Hauptebene. Weiter haben wir hier einen Spalten mit Menü Titel. Das ist der Titel, der angezeigt wird im Menü. Also wie schon gesagt, momentan sagten wir Home, Produkteportfolio, Unternehmen. Und jetzt auch wieder Kontakt. Das ist der Titel, der im Menü als Menüpunkt angezeigt wird. Dann haben wir diverse Eigenschaften. Wir haben eine Reihe mit Häuschen. Eins davon ist dunkel, also schwarz. In diesem Fall Home. Das ist die Startseite. Ihr könnt die Startseite beliebig vergeben. Ihr könnt auch sagen, das Unternehmen soll die Startseite sein, indem ihr einfach da draufklickt. Und jetzt ist Unternehmen Startseite. Die Startseite ist die Seite, die angezeigt wird, wenn jemand nur euch einen Domainnamen eingeht. Also meinewebsite.ch ohne Schrägstrich Kontakt oder irgendetwas hinter dran. Dann ist es die Startseite. Wir lassen das lieber mal auf Home. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Dann haben wir ein Auge. Mit dem Auge könnt ihr steuern, ob ein Menüpunkt sichtbar ist oder nicht. Achtung! Sichtbar ist nicht zu verwechseln mit im Internet. Sichtbar bedeutet, im Menü angezeigt. Jede Seite, die ihr erstellt, wird im Menü aufgelistet. Aber ihr könnt sagen, dass eure Besucher das im Menü nicht sehen sollen. Vielleicht momentan noch etwas verwirrend. Aber ich habe ein Beispiel, das euch dabei helfen kann. Angenommen, ihr schreibt jede Woche einen Newsbeitrag oder einen Blogbeitrag. Dann landet das da irgendwo immer in der Menüstruktur. Ihr möchtet aber nicht, dass es auf der Webseite jeden Beitrag im Menü anzeigt. Stellt euch vor, nach einem Jahr 52 Beiträge. Dann ist das Menü völlig überfüllt. Stattdessen möchtet ihr vielleicht lieber ein Menüpunkt haben, das News heisst oder Blog. Und von dort aus auf die versteckten Inhalte verlinken. Versteckt in diesem Sinne, es ist im Menü nicht mit einem Klick erreichbar. Aber es ist trotzdem im Internet. Das sehen wir dann im Editor. Wenn wir anschauen, wie wir verschiedene Seiten verlinken können. Dann haben wir hier eine Reihe mit Schlösschen. Normalerweise ist das offen. Wenn ich ein Schlösschen zu mache, dann ist es passwortgeschützt. Das heisst, diese Seite kann jetzt nicht mehr einfach so aufgerufen werden. Sondern nur, wenn man Benutzname und Passwort kennt. Wir kommen recht am Schluss des Webinars dazu, wie ihr Benutzer anlegen könnt. Für den Moment könnt ihr einfach mal Schlösschen setzen, wenn ihr das braucht. Die meisten Leute brauchen das auch gar nicht. Es ist vielleicht interessant für einen Verein, der einen Mitgliederbereich hat oder einen Vorstandsbereich. Dann könnt ihr das schon mal machen. Ansonsten müsst ihr das natürlich nicht unbedingt nutzen. Dann haben wir hier eine Reihe mit Typen. Es gibt drei Haupttypen. Zum einen Inhaltsseiten. Die werden ihr am meisten brauchen. Das braucht ihr immer dann, wenn eure Seite von euch selber mit Inhalt befüllt wird. Also eigentlich jede Seite von eurer Webseite. Alternativ gibt es auch externe Links und Social Media Links. Die sind recht ähnlich. Sie bedeuten sozusagen, dass ihr auf eine andere Seite, die im Internet ist, verlinkt. Und den Benutzer eure Webseite verlässt. Das braucht ihr eher selten. Einen externen Link braucht ihr vielleicht, wenn ihr auf einen Partner verlinken möchtet. Und einen Social Media Link braucht ihr meistens eben im sekundären Menü hier unten, wenn ihr auf eure sozialen Profile verlinken möchtet. Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Das könnt ihr alles mit einem Social Link machen. Ganz hinten haben wir hier noch eine Reihe mit Weltkugeln. Wenn wir die Weltkugeln sehen, die ist immer grün. Wenn wir dann grüne Weltkugeln sehen, dann wird die Seite ins Internet gestellt und ist somit nach der Veröffentlichung sichtbar. Wenn wir das nicht möchten, also wenn wir vielleicht schon ein Produkt planen wollen, das vielleicht in zwei Monaten auf den Markt kommt bei uns. Aber noch nicht möchtet, dass alle davon wissen, dann können wir da draufklicken. Zum Beispiel vielleicht Restauration, die ich noch nicht anbiete. Dann kann ich draufklicken und dann landet die Seite im Entwurfsmodus. Solange eine Seite im Entwurf ist, seht ihr sie als Besitzer der Seite schon. Aber alle Besucher seht die Seite nicht. Als letztes haben wir dann noch drei Pünktchen. Ich mache sie hier oben auf. Hier haben wir weitere Möglichkeiten. Einstellungen, SEO. Dann kommt ihr in die Einstellungen des Menüpunktes. Das erreicht ihr auch, wenn ihr auf den Menütitel vorklickt. Dann könnt ihr die Seite kopieren und das erstellt eine 1 zu 1 Kopie des Menüpunktes. Das heisst, auch wenn ihr Inhalte in dieser Seite habt, wird der mitkopiert. Und das ist sehr nützlich. Wenn ihr z.B. sieben verschiedene Produkte habt. Dann müsst ihr doch zuerst ein Produkt so gestalten, wie ihr es gerne hättet. Und dann immer eine Kopie davon anlegen. Dann spart ihr euch den ganzen Gestaltungsaufwand. Dann müsst ihr nur noch den Text anpassen, die Bilder anpassen. Und dann haben wir schon euch ein neues Produkt online. Also sehr, sehr gut die Funktion, wenn man Zeit sparen möchte. Wenn es darum geht, mehrere ähnliche Seiten anzulegen. Dann haben wir auch im Editor bearbeiten. Das brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Zu dem kommen wir im nächsten Schritt. Das ist dann eben der Inhalt, der eigentliche Inhalt der Seite bearbeiten. Was für Texte, was für Bilder, Videos, Kontaktformulare, Google Karten usw. Und dann können wir die Seite auch als Startseite setzen. Da hinten sind es zwei Klicks. Da vorne ist es ein Klick. Ihr könnt euch den Klick sparen und gerade davor auf das Häuschen klicken. Aber es ist natürlich euch überlag, welche Funktion ihr lieber habt. Und als letztes können wir noch Menüpunkte löschen. Jeder Menüpunkt kann gelöscht werden, ausser die Startseite. Darum ist das jetzt ausgeraut. Weil die Startseite kann nicht gelöscht werden. Ihr braucht mindestens immer eine Seite. Und jede Seite braucht eine, also jede Webseite braucht eine Startseite. Darum könnt ihr diese nicht löschen. Wenn ihr diese möchtet löschen, müsst ihr zuerst eine neue Startseite erstellen. Dann könnt ihr das Häuschen an einen anderen Ort setzen. Und dann könnt ihr diesen Menüpunkt löschen. Jetzt, das interessanteste für euch ist sicherlich das Erstellen von einer neuen Seite. Von einem neuen Menüpunkt. Und das finden wir hier oben. Neuer Menüpunkt. Und ihr bekommt ein ganz einfaches Formular zur Verfügung gestellt. die ihr ausfüllen könnt. Es gibt wie gesagt drei verschiedene Typen. Inhaltsseite, Link und Social Link. Meistens braucht ihr eben Inhaltsseite, wenn ihr selber den Inhalt schreiben möchtet. Der Link ist für eine Partnerseite. Und der Social Link für ein soziales Netzwerk. Wir behalten mal Inhaltsseite. Und dann müssen wir hier als erstes den Menütitel ausfüllen. Ich möchte eine Pizzeria machen. Und dann brauche ich vielleicht eine Seite, die Speisekarte heisst. Mit dem Layout entscheiden wir, wie diese Seite später aussehen soll. Und das ist später. Splash braucht ihr immer dann, wenn ihr mit einem grossen Bild möchtet, einen ersten Eindruck schaffen. Splash ist ein Bild, das so hoch ist wie der Bildschirm. Das heisst, egal wie gross der Bildschirm ist. Das Bild füllt immer einen ganzen Bildschirm. Und darauf habt ihr einen Titel. Das braucht ihr wirklich für Landingpages. Wenn ihr zuerst mal einen visuellen Eindruck machen möchtet. Wenn der Benutzer nachher abscrollt, dann kommt der normale Inhalt von der Seite. Bei grosser Hader ist es einfach ein grosser Balken, der oben angezeigt wird. Mit einem Bild und Titel drin. Und nachher folgt gerade der Inhalt. Das gleiche bei kleineren Hader ist einfach, dass der Balken schmaler ist. Und kein Hader ist ohne einen Balken. Es füllt direkt der Inhalt an. Das braucht ihr dann, wenn ihr nicht möchtet, vom eigentlichen Inhalt ablenken. Also wenn man direkt anfangen zu lesen. Wikipedia hat zum Beispiel nie das oberste Bild. Sondern es füllt direkt an mit der Erklärung zum Begriff. Wenn ihr so etwas ähnliches möchtet. Kein Hader ist dann die richtige Wahl. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Layouttypen. Nicht alle Typen sind in jedem Template verfügbar. Ihr seht, ich habe auch nur 4. Der letzte, was es noch gibt, ist Vollbild. Und Vollbild ist sehr ähnlich wie ein Splash. Es füllt ebenfalls den Inhalt, also den ganzen Bildschirm mit einem Bild. Allerdings rutscht der ganze Text über das Bild drüber beim Scrollen. Also es ist viel mehr ein Hintergrundbild als so ein Kopfbild, so ein Hauptbild, das oberen Inhalt ist. Für meine Spiesskarte möchte ich eine kleine visuelle Impression haben. Vielleicht irgendwie eine feine Pizza. Aber ich brauche nicht ein gigantisches Bild, das vom eigentlichen Inhalt ablenkt. Darum nehme ich hier kleiner Hader. Dann sehr wichtig, was ich immer empfehle, ist Seiten mit Beispielinhalten erstellen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann beginnt ihr einfach mit einer weissen Seite an. Und ich kann es auch noch gerne, wenn irgendein Grafiker mir den Inhalt schon etwas vorstrukturiert hat. In diesem Fall unsere Grafiker, also einfach mit importiert mit diesem Menüpunkt. Wir können immer noch alles, was dort drin ist, rauslöschen und neue Sachen hinzufügen. Es schränkt uns nicht ein. Es gibt uns eher einen schönen Start, damit wir nicht bei Null anfangen. Darum unbedingt das auch rein tun. Was wir jetzt auch noch haben, ist hier unten die Suchmaschinenoptimierung. Dort schauen wir erst später an, was wir einstellen können. Wir müssen allerdings jetzt schon einen Seitentitel rein tun. Und ein guter Anfang ist, hier immer das Gleiche reinzuschreiben, wie beim Menütitel. Also Speisekarte. Wenn ich das habe, würde ich im Normalfall Speichern drücken. Und dann sind wir bereit mit dieser Seite. Ich drücke jetzt nicht Speichern, sondern wir schauen noch schnell die anderen Typen an. Hier haben wir Link. Hier wird viel, viel weniger Information von uns gefordert. Wir brauchen nur noch einen Menütitel. Also was soll im Menü angezeigt werden. Und einen Link. Und beim Link ist es so, dass das eine valide, eine korrekte URL muss sein. Und eine URL, das ist die Webadresse, die ihr oben im Browser im Browserfenster oben jeweils gesendet. Und die fährt an mit HTTPS, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich und so weiter. Also sehr kompliziert. Tippen das lieber nicht ab, sondern klicken einfach in der entsprechenden Seite, also in die Adresszeile hinein. Kopieren das mit CTRL-C oder Rechtsklick kopieren, wenn ihr auf einem Mac seid mit Kommando C. Dann habt ihr eine Zwischenablage und dann könnt ihr es in diesem Feld mit CTRL-V oder Rechtsklick einfügen, einfügen. Auf einem Mac mit Kommando V. Und dann habt ihr da ganz sicher einen korrekten Link drin. Auf der rechten Seite haben wir auch noch Einstellungen. Das meiste können wir auch nachher beim Menü sowieso wieder einstellen. Wichtig ist aber hier die unterste Option. In neuem Fenster öffnen. Das wollen wir immer machen, wenn eine Seite verlinkt wird, die nicht von uns selber ist. Also eigentlich immer, wenn wir da beim Typ Link oder Social Link haben. Social Link repräsentiert so unser Unternehmen auf einem sozialen Netzwerk, ist aber trotzdem eine externe Seite. Und wir möchten im Idealfall ein neues Fenster öffnen, damit wenn der Benutzer das Fenster schliesst, er wieder bei uns landet. So minimieren wir die Wahrscheinlichkeit, dass er uns komplett vergisst. Also unbedingt bei einem externen Link in neuem Fenster öffnen. Der letzte Typ, den wir haben, ist der Social Link. Es wird wieder ein bisschen komplizierter, aber immer noch sehr einfach. Wir müssen hier den Menütitel auswählen, welches soziale Netzwerk wir verlinken möchten. Und am interessantesten ist die Anzeige. Wir können nämlich sagen, wir möchten nur ein Icon anzeigen und dann wird nur noch bei Facebook das Facebook F anzeigt. Und das reicht, damit die Benutzer, also unsere Besucher wissen, was sich hinter diesem Link verbirgt. Jeder kennt das Facebook Icon. Wenn wir etwas anderes nehmen, bei Twitter, ist es zum Beispiel das Vögelchen. Wenn wir Instagram haben, dann ist es der Fotoapparat. Also es sind sehr, sehr einprägsame Icons, die wir sowieso schon kennen. Und ganz ehrlich, wenn es jemand nicht kennt, dann interessiert den Link auch nicht. Also es ist wirklich perfekt. Es ist platzsparend, es sieht schön aus. Und die Leute, die es interessiert, erkennen diese Icons. Man muss also gar nicht mehr im Menütitel unbedingt hinschreiben, dass das jetzt Facebook ist. Also wirklich sehr praktisch. Ich tue jetzt noch schnell das umbenennen, damit ich trotzdem hier etwas Sauberes habe. Hier Instagram. Und ihr müsst dann nur noch ergänzen. Bei uns wäre das hosttech-gmbh. Ihr könnt euch sehr gerne folgen. Da haben wir Freude. Und auch da sehr wichtig. Die Seiten in einem neuen Fenster öffnen. Es ist euer Unternehmen, das dahinter verborgen ist. Aber Instagram ist nicht euer Unternehmen. Das heisst, ihr möchtet es in einem neuen Fenster öffnen. Wenn wir zufrieden sind, können wir hier Speichern drücken. Menüpunkt erstellt. Und dann kommen wir zurück auf die Struktur. Und dann sehen wir, dass da unten dieser Menüpunkt hinzu gekommen ist. Wir wollen das jetzt vielleicht im sekundären Menü haben. Dann nehmen wir den einfach runter und verschieben den ins sekundäre Menü. Das ist vielleicht an diesem Bildschirm nicht so einfach. Ihr wisst, was ich meine. Am besten Social Links im sekundären Menü haben. Das Letzte, das ich euch hier zeigen möchte, ist das Bearbeiten von Menüpunkten. Für das klickt ihr am besten einfach auf den Titel drauf. Und ihr seht, es ist genau das gleiche Formular, wie wir schon beim Erstellen einer Seite hatten. Mit einem kleinen Unterschied. Ihr könnt nicht mehr den Typ ändern. Der Typ kann nur beim Erstellen einer Seite geändert werden. Weil man wüsst nicht, wo der Inhalt herkommt oder wo der Inhalt herkommt. Also diese Typen sind einfach nicht austauschbar. Ansonsten haben wir genau die gleiche Ansicht wieder. Gut, und als nächstes kommen wir in Editor. Damit wir in Editor hineinkommen, klicken wir einfach hier oben auf Editor. Und wir landen automatisch auf der zuletzt bearbeiteten Seite von unserem Projekt. Wenn ihr das erste Mal in Editor kommt, dann seht ihr auch hier ein Popup. Das können wir hier mit einem Kreuz schliessen. Das erkläre ich alles während diesem Webinar. Bevor wir uns da ins Gefecht stürzen mit allen Elementen, schauen wir zuerst die Elemente an, die nicht bearbeitbar sind bis in alle Fantasien. Und zwar eben das Logo und das Menü. Gerade vorweg, das Menü können wir im Editor gar nicht mehr bearbeiten. Die Menü-Punkte definieren wir unter Menüs. Und die werden einfach noch hier eingefügt. Die Schriftart und die Farbe können wir später dann noch anpassen. Aber die Menü-Punkte an und für sich, die sind jetzt schon fix vorgegeben. Als erstes möchten wir das Logo bearbeiten. Und das ist bei mir hier oben Holzwerkstatt. Und um das zu bearbeiten, gehen wir hier auf das Zahnrad. Als erstes sehen wir hier beim Typ, dass wir etwas auswählen können. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr euch entscheidet, ob ihr ein Text-Logo oder ein Bild-Logo möchtet haben. Die meisten werden ein Bild-Logo wählen, wenn irgendeine Agentur oder ein Grafiker oder vielleicht ihr selber schon ein Bild designt habt, wo ich ein Logo darstellen soll. Meistens habt ihr das sowieso am Schaufenster oder am Auto schon dran. Vielleicht auf Werbeartikel. Darum habt ihr sowieso in den meisten Fällen schon ein Bild. Falls ihr noch nichts habt, dann ist das Text-Logo optimal für euch. Dann könnt ihr einfach hier rein tippen und anfangen zu schreiben und einmal den Namen eurer Firma rein tun. Für die meisten wird das Bild-Logo aber das Richtige sein. Bei mir ist jetzt da, weil mein Template kein Bild-Logo hat, irgendein anderes Bild-Logo reingeladen worden. Hier jetzt vom Bio-Bauernhof-Template. Jetzt ist es wichtig natürlich, dass wir unser eigenes Logo dort rein bekommen. Wir müssen aber noch schnell Geduld haben, weil ich möchte da gerne Schritt für Schritt vorwärts gehen. Als erstes sehen wir hier, das Logo auf dieser Seite sichtbar. Wichtig, das Logo wird über alle eure Seiten synchronisiert. Das heisst, wenn ihr es auf irgendeiner Seite anpasst, wird es auf allen anderen Seiten auch angepasst. Ausser diese Option. Die Option ist wirklich nur für diese Unterseite. Ihr könnt das Logo theoretisch für einzelne Unterseiten ausblenden. Meine Empfehlung ist aber, es immer anzuzeigen, weil man braucht recht viel Kontakt mit einer Marke, bis man sich mit dieser identifizieren kann. Und das Logo ist so ein Kontakt. Und es wäre schade, wenn wir diese Kontakte minimieren würden, weil wir das Logo nicht mehr zeigen würden. Das Logo soll also unbedingt auf jeder Seite drauf sein. Zwar klein und dezent, das oberste. Aber es soll oben sein. Dann auch sehr wichtig, wir möchten das Logo mit der Startseite verlinken. Das ist so ein Standard im Internet. Und Standards sind eigentlich immer gut, wenn man diese einhalten. Also wenn jemand auf das Logo draufklickt, kommt er zurück auf die Startseite. Das sind sich viele Leute gewöhnt. Und darum wollen wir eigentlich das immer aktivieren. Jetzt. Das Nächste ist das Ersetzen von unserem Logo. Und für das drücken wir dann entweder auf Ändern oder auf das Vorschaubild. Dann öffnet sich unsere Mediathek. Die Mediathek wird euch immer wieder begegnen im ganzen Website Creator. Die Mediathek ist eure zentrale Dateiverwaltung und alles was irgendeine Datei ist. Egal ob Bild, Musik, PDF, Word Dokument, Excel, Tabellen. Alles was eine Datei ist, kommt in die Mediathek rein. Und ihr könnt theoretisch mal das, was ihr braucht, alles aufladen. Und dann habt ihr von der ganzen Welt aus Zugriff auf all die Dateien im Website Creator. Ihr könnt, wenn ihr wollt, neue Ordner erstellen. Aber am interessantesten ist wohl das Aufladen von Dateien. Das könnt ihr entweder einfach von eurem Windows Explorer hier reinziehen. Auf dem Mac ist es Definder. Oder wer es lieber klassisch möchte, kann da Computer durchsuchen. Auch das öffnet einfach den Windows Explorer oder eben auf dem Mac Definder. Und dann könnt ihr eure Dateien dort auswählen und OK drücken. Dann werden die hochgeladen. Sehr praktisch ist auch zuletzt hinzugefügt. Da seht ihr automatisch immer die Dateien, die zuletzt hochgeladen wurden. Das sind meistens auch die Dateien, die ihr gerade verwenden möchtet. Und ganz speziell bei uns Gratisbilder. Ihr habt hier eine grosse Bibliothek an Bildern, die ihr das Nutzungsrecht habt. Das heisst, ihr verletzt nicht das Urheberrecht, wenn ihr diese Bilder verwendet. Wie ihr sicher wisst, dürft ihr nicht einfach im Internet irgendwo Bilder kopieren. Das ist eben eine Urheberrechtsverletzung. Und darum haben wir euch hier eine Bibliothek an Bildern zusammengestellt, die ihr verwenden dürft. Ohne dass ihr euch irgendwie strafbar macht mit der Verwendung von diesen. Auch da laden wir immer mehr Bilder hoch. Wir können natürlich nicht in jedem Themenbereich tausend Bilder haben. Aber wir versuchen immer möglichst viele verschiedene Themen abzudecken. Ich nehme jetzt auch mein Logo von hier. Wir haben hier nämlich einen Ordner mit Logos und Icons. Da ich leider kein Pizzerialogo für meine Pizzeria habe, nehme ich einfach einmal ein anderes Logo. Und zwar vielleicht das. Und dann bestätige ich einfach mit hinzufügen, dass ich das möchte wählen. Selbstverständlich würdet ihr das eben bei zuletzt hinzugefügt. Zum Beispiel euch ein eigenes Logo wählen und dann hinzufügen. Und jetzt ist da mein eigenes Logo drin. Also jetzt haben wir das Logo erfolgreich ersetzt. Das Ganze sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus. Wir haben hier vor allem noch eine Hintergrundfarbe drin, die nicht wirklich passend ist. Wir können diese anpassen auf Braun, Grau oder Weiss. Je nach Template sind die Farben, die euch hier zur Verfügung stehen, anders. Und wir sehen nachher im Gestaltungsteil auch noch, wie ihr eure eigenen vier Farben definieren könnt. Auch wenn jetzt Weiss würde gut aussehen, empfehle ich euch stattdessen, hier mit einem Kreuz die Farbe komplett zu entfernen. Dann wird der Hintergrund transparent und egal, was im Hintergrund der Kopfzeile jemals wird sein, wird das Logo schön darüber gelegt, ohne dass es nachher zum Beispiel eine weisse Box im Hintergrund hat. Also transparent ist meistens gut, wenn ihr auch ein Logo habt, das einen transparenten Hintergrund hat. Bei Grösse und Innenabstand können wir mit Pixelwert arbeiten. Wer lieber nach Augenmass arbeiten möchte, hat da auch die Möglichkeit, wenn wir da drüber fahren mit dem Maus, das einfach die blauen Belken per Drag & Drop einfach nach Belieben zu verändern. Was wir auch als Möglichkeit haben, ist da, dass wir Ränder machen, also einen Rahmen um das Logo herum. Wir können auch die Ecke abrunden für unser Logo. Wir können auch die Farbe von diesem Rahmen noch ändern und wir könnten auch einen Schatten rundherum anzeigen. Ich weiss, es sieht jetzt nicht schön aus, aber es soll auch nur dafür gut sein, um euch zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Weil meine Empfehlung wäre, kein Rahmen und kein Schatten, keine Hintergrundfarbe. Einfach das Logo hochladen, wie ihr das von einer Agentur, von einem Grafiker oder auch von euch selber schon habt und fertig. Weil wenn der Grafiker, der das Logo gemacht hat, einen Schatten wollte, dann hat er einen Schatten schon gemacht. Wenn er eine Hintergrundfarbe wollte, hat er die Hintergrundfarbe auch schon gemacht. Wenn er einen Rahmen wollte, hat auch der Grafiker schon einen Rahmen machen können. Also mit jedem Design-Element, das ihr hier hinzufügt, füscht ihr eigentlich am Grafiker etwas rein. Und das möchte man meistens verhindern, weil zumindest ich bin kein Profi auf diesem Gebiet und ich möchte nicht eigentlich am Grafiker seine Arbeit verunstalten. Darum empfehle ich wirklich, wir wollen da keine Ränder machen, keine runde Ecke, keine Farbe und keine Schatten. Und dann können wir einfach wegklicken. Dann verschwindet auch da die gestrichelte Linie rundherum. Und so ist unser Logo super rein gesetzt in unserer Seite. Dann kommen wir hier zum Menü, das wir jetzt nicht mehr bearbeiten können. Wenn wir hier draufklicken, ändern wir die Seite. Und da ist wichtig, tun wir, bevor ihr eine andere Seite besucht, immer zuerst speichern. Und zum Speichern klicken wir hier oben auf die Disketten. Und tun lieber zu viel speichern als zu wenig. Ihr habt gerade vorgesehen, die Meldung ist schon mal gekommen. Es speichert alle paar Minuten automatisch. Aber besser ist doch, wenn ihr aktiv an mich noch speichert. Dass wenn wir jetzt hier auf eine andere Seite gehen, dass wir wissen, dass die Startseite jetzt gespeichert ist. Wie man sieht, hat sich jetzt auch das Logo auf dieser Seite angepasst. Das ist, weil das Logo das globale Element ist, das einmal angepasst, auf jeder Seite nachher so aussieht. Gehen wir nochmal zurück zu der Startseite. Und wir schauen noch ein anderes Element an. Und zwar das Hauptbild. Ihr habt immer hier unten rechts im Bild so ein Fotoapparat. Wenn ihr draufklickt, öffnet sich hier wieder eine Einstellungsbox. Das gleiche passiert auch, wenn ihr oben auf Hader, Hauptbild klickt. Dann kommt ebenfalls die Box zur Vorschau. Hier haben wir eine Funktion, wo ich sehr, sehr viel Zeit ersparen kann. Vielleicht möchtet ihr, dass der ganze Kopfbereich auf mehreren verschiedenen Seiten gleich aussieht. Dann könnt ihr mit Vorlagen arbeiten. Und für das erstellt ihr einfach neue Vorlagen erstellt, dann bearbeitet und dann habt ihr alle die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, weiter. Allerdings haben wir diese jetzt in einer Vorlage gespeichert. Und könnt in Zukunft einfach nur noch sagen, Vorlage 1. Und dann werden alle Einstellungen gerade geladen von dieser Vorlage. Also wirklich sehr zeitsparend. Jetzt sehen wir hier, wir haben eine Hintergrundfarbe und ein Hintergrundbild. Und wichtig ist zu wissen, im Web ist die Hintergrundfarbe immer hinter dem Hintergrundbild. Das heisst, sobald ihr ein Hintergrundbild habt, sieht man die Hintergrundfarbe nicht mehr. Ein wenig abhelfen können wir mit dem Regler hier. Man könnte den weiter runterziehen. Und dann kommt im Hintergrund die Farbe wieder zum Vorschein. Ich beweise euch das schnell, indem ich hier zum Beispiel das Rot mache. Jetzt sehen wir, dass es hier rot durchscheint. Im Normalfall wollt ihr aber eine Kontrastfarbe zu der Schrift haben. In meinem Fall habe ich jetzt weisse Schrift. Dann möchte ich einen schwarzen Hintergrund. Und dann, dass ihr so weit abdunkeln, bis ich die Schrift wirklich gut lesen kann. Also vielleicht so. Jetzt, sehr wichtig, Bildskalierung. Ah, übrigens zum Hintergrundbild ändern. Genau gleich wie beim Logo gehen wir auch hier auf ändern. Die Mediathek öffnet sich. Wir können wieder irgendetwas wählen, das uns gefällt. Ich wähle jetzt da vielleicht einmal das Bild zum Beispiel. Jetzt haben wir da den schönen Bokeh-Effekt im Hintergrund. Bildskalierung. Da gibt es drei Möglichkeiten. Originalgröße, Füllen und Einpassen. Originalgröße braucht ihr sehr, sehr selten. Originalgröße zeigt das Bild auf eurer Webseite genau so gross an, wie das Bild wirklich gefottelt wurde oder abgespeichert wurde. Und wenn ihr das mit einer Spiegelreflexkamera, die etwas kann, gemacht habt, dann hat das Bild mindestens 24 Megapixel. Und das sind 24 Millionen Pixel. Also etwa 6000 x 4000 Pixel gegründet. Und so ein Bildschirm hat eher 1000 x 2000 Pixel. Das heisst, ihr habt, wenn wir schnell rechnet, etwa ein Zwölftel vom Bild, das ihr nur noch seht. Und das ist sehr wenig, weil das Bild ist viel grösser als der Bildschirm. Und es wird halt nur noch dieser kleine Ausschnitt gezeichnet. Allgemein ladet nicht zu grosse Bilder hoch. Ihr habt das sicher auch schon gesehen auf der Seite, wenn das Bild so langsam ladet. Das ist, wenn das Bild allgemein einfach zu viel Dateimengen hat. Also zu viel Datenmenge, die einfach nicht fürs Web optimiert ist. Wie gesagt, ihr habt hier etwa 1000 x 2000 Pixel. Das ist ein guter Richtwert für die maximale Bildgrösse. Alles, was grösser ist, ist meistens nicht mehr unbedingt fürs Web optimiert. Also das ist Originalgrösse. Füllen garantiert euch, dass die ganze Fläche, in der das Bild dargestellt werden soll, vom Bild bedeckt wird. Bedingt allerdings oder bringt mit sich, dass gewisse Teile vom Bild abgeschnitten werden. Stellt euch vor, es gibt nur eine einzige Bildschirmgrösse, wo das Verhältnis, das Seitenverhältnis von eurem Bild, genau gleich ist wie das Seitenverhältnis von dem Bereich, wo das Bild dargestellt werden soll. Auf allen anderen Bildschirmgrössen muss irgendwo etwas vom Bild abgeschnitten werden. Ihr könnt mit der Bildposition entscheiden, wo das abgeschnitten wird. Alles, was grau ist, darf abgeschnitten werden. Also momentan dürfte links, rechts und unten abgeschnitten werden. Ich sage automatisch an dem Bild jetzt, dass es oben am wichtigsten ist, weil oben darf es nicht abschneiden. Oben in der Mitte ist das Wichtigste. Ich kann auch das in die Mitte setzen und sagen, in der Mitte vom Bild ist der wichtigste Teil. Also dann darf es überall abschneiden, aber es schneidet immer gleich viel ab. Wenn ich jetzt das unten setze, dann wird es nur noch oben abgeschnitten und links und rechts. Wir sehen jetzt hier bei links und rechts, dass sich das Bild leicht verschiebt. Das ist, weil momentan wird es in der Höhe sowieso eingepasst und nur in der Breite muss es abschneiden. Auf dem Smartphone wäre das wahrscheinlich genau umgekehrt, weil dann wird es schmaler. Auf dem Smartphone wäre es auch so, aber wenn jetzt der Bildschirm höher wäre, dann würde es in der Breite irgendwann reinpassen, müsste aber in der Höhe entsprechend gekürzt werden. Also wählt da immer einen Bildausschnitt aus, den ihr unbedingt sichtbar möchtet, der nicht abgeschnitten werden darf vom Browser. Die letzte Option, die wir haben, ist Einpassen. Und das braucht ihr auch sehr selten. Einpassen garantiert, dass das ganze Bild sichtbar ist, bedingt aber, dass es irgendwo Leerräume gibt, wo kein Bild dargestellt wird. Ich mache das jetzt einfach einmal und wenn wir jetzt hier die Hintergrundfarbe etwas anders anzeigen, dann sehen wir jetzt, dass es hier unten einen braunen Balken gegeben hat. Bei diesem Bild ist es jetzt gar nicht einmal so schlimm, weil das Seitenverhältnis anscheinend auf dem Bildschirm recht genau passt. Wenn wir aber ein anderes Bild auswählen, sehen wir sicher sehr gut, dass es eben nicht immer optimal aussieht. Zum Beispiel hier. Wir haben jetzt hier recht breite Balken links und rechts, wo einfach noch der Hintergrund sichtbar ist und das Bild nicht mehr, weil das ganze Bild dafür sichtbar ist. Also in den meisten Fällen ist Füllen das Richtige, dann füllt es alles schön und schneidet auch gleichmässig ab. Also das wäre meine Empfehlung für Hintergrundbilder. Dann haben wir auch die Möglichkeit zu der Bildwiederholung. Das haben wir hier unten. Wir können Bilder horizontal und vertikal wiederholen. Das ist am interessantesten, wenn wir beim Hintergrundbild ein sogenanntes Seamless Pattern verwendet, also ein nahtloses Muster. Wir haben solche hier bei Muster und Texturen. Das sind Muster, die sich unendlich viel mal aneinander drehen lassen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das Glacé nehmen und das hinzufügen, dann sieht das Ganze mit Bildskalierung Füllen recht verpixelt aus und nicht wirklich schön. Wenn wir das jetzt auf Originalgrösser stellen, dann ist es nicht mehr so verpixelt, dafür fehlt uns Inhalt rundherum. Also es ist wieder abgeschnitten. Für das können wir jetzt hier unten bei der Bildwiederholung Horizontal und Vertikal wählen. Dann wird es unendlich häufig wiederholt oder so viel wie halt benötigt wird und das Menschen auch sieht jetzt nicht mehr, dass das wirklich wiederholt ist. Es sieht aus wie eine riesige Fläche, die einfach abgedeckt ist. Nicht das beste Beispiel, weil jetzt können wir den Text wieder nicht mehr lesen, aber zum euch zeigen, für was die Bildwiederholung gut sein kann, ist das das perfekte Beispiel. Wir haben auch noch als letzte Option hier Filter. Wenn ihr das aktiviert, dann könnt ihr dann Einstellungen bearbeiten und dann haben wir dann vier vordefinierte Effekte. Einmal so ein Pop-Effekt, der die Farbe kräftiger macht, dann ein Schwarz-Weiss-Effekt, ein Sepia-Effekt und ein Negativ-Effekt. Ihr könnt auch die Filter selber noch anpassen, so wie man es von fast allen Fotobearbeitungsprogrammen kennt. Und natürlich auch wieder zurücksetzen, wenn ihr keine Filter mehr möchtet. Nicht vergessen, hier wieder auszuschalten, dann ist der Effekt komplett weg. Was wir hier noch sehen, ist der Parallax-Effekt. Der Parallax-Effekt ist eine optische Täuschung, die auf dem zweidimensionalen, man kann nicht sagen Raum, aber auf der zweidimensionalen Ebene einer Webseite eine Dreidimensionalität vorgaukelt. Und das macht es, indem alles, was im Hintergrund ist, weniger schnell sich bewegt, als das, was im Vordergrund ist. Und dadurch gibt es einen tiefen Effekt. Ich zeige euch das gleich schnell. Wenn wir jetzt hier scrollen, dann bewegt sich der Hintergrund weniger schnell als der Vordergrund. Also der Vordergrund rutscht mit der Zeit über den Hintergrund drüber. Und so entsteht die Illusion von dieser Tiefe, dass eben der Hintergrund weiter weg ist als der Vordergrund. Jetzt möchte ich aber eine Pizzeria machen. Das heisst, ich nehme am besten die Wiederholung wieder raus. Ich schalte auf Füllen und suche mir hier ein Bild aus, das besser zu einer Pizzeria passt. Wir haben hier die Kategorie Food & Drinks. Ich denke, dass ich hier am ehesten ein Gratisbild finde, das zu mir passt. Und ich nehme doch gerade irgendwie so frisches Gemüse. Oh, oder hier Oliven. Perfekt. Und dann können wir hier den Titel bearbeiten. Auch hier konzentriert euch noch nicht darauf, was für eine Schriftart oder was für eine Farbe da ist. Das passen wir global für das ganze Template an, sodass wir nicht bei jedem einzelnen Element immer wieder die Schriftart anpassen. Wir können das an einem Ort anpassen und dann ist es für die komplette Webseite angepasst. Also für einen Moment da einfach mal den Text ändern, aber noch nicht, wie das aussieht. Und ich schreibe da vielleicht Pizzeria rein. Und da unten haben wir immer einen Slogan oder so eine Art, einen kleinen Untertitel. Da könnte ich etwas reinschreiben wie Willkommen im kleinen Italien. Und jetzt haben wir alles, was so etwas vorgegeben ist von der Position. Das heisst Logo und Menü und auch der ein bisschen vorgegeben Teil von diesem Hauptbild. Da können wir ja jederzeit die Darstellung anpassen. Wir haben jetzt auch momentan Splash. Das heisst, dass wir wirklich bis zum Bildschirmrand runtergefüllt. Wenn wir das nicht möchten und vielleicht nur einen schmalen Balken oben möchtet, dann ein kleiner Hader. Wenn wir gar kein Bild möchtet, dann kein Hader. Ihr versteht das Prinzip. Also nochmal zurück ins Menü. Dann ein Layout beim Menüpunkt ändern. Sodass vielleicht Splash von Vollbilden, je nachdem. Grossräder, kleine Räder oder kein Hader. So gewählt ist, wie ihr euch das wünscht. Wenn wir jetzt weiter runtergehen auf unserer Webseite. Dann fängt der eigentliche Inhalt von dieser Seite an. Und ihr seht das mit dieser türkis, grünen, blauen, was auch immer für eine Farbe das ist. Linie bzw. Box und das ist euer erste Inhaltsabschnitt. Je nach Template hat er vielleicht sogar schon einen anderen Namen als Abschnitt 1. Der Name spielt insofern keine Rolle. Das ist einfach für euch zur Bearbeitung oder zur einfacheren Bearbeitung gedacht. Und auf einen Blick sehen wir jetzt hier mindestens schon mal drei Elemente. Und zwar ist das hier ein Textelement. Wenn wir reinklicken, dann sehen wir, dass es hier eine blaue Box rundherum gibt. Das hier unten ist ebenfalls ein Textelement. Hier unten haben wir ein Bildelement. Und hier haben wir nochmal ein Textelement. Hier unten haben wir noch einen Button. Das heisst sogar fünf Elemente. In diesem Editor sehen wir schon auf einen Blick. Also eins, zwei, drei, vier, fünf Elemente. Und wir müssen diese nicht alle behalten. Aber von der Grafiker ist das jetzt schon mal schön vorbereitet. So dass wir eben nicht mit Null anfangen müssen. Bevor wir uns mit den Elementen hier befassen, möchte ich euch schnell die sechs wichtigen Menüpunkte dort hin erklären. Mit dem Plus fügt ihr neue Elemente hinzu. Ihr habt in den blauen Liste immer die Kategorie. Hier haben wir Textelemente, Bildelemente, Videoelemente, Layoutelemente, Buttons, Galerie, Karten, Social Media, Downloadliste und ein Formular. Also zum Beispiel ein Kontaktformular. Wir beschränken uns mal kurz auf die einfachsten zwei. Das sind Texte und Bild. Die brauchen wir wahrscheinlich alle. Die weiteren Elemente sind vielleicht ein wenig abhängig davon, ob sie in eurem Projekt sinnvoll eingesetzt werden können oder eben nicht. Damit ich da ein Element von den Auswahllisten hier reinbringen kann, ziehe ich das per Drag & Drop rein. Das heisst ich gehe mit der Maus hier drüber. Vielleicht möchte ich einen Lead Text haben. Klicke drauf. Behalte geklickt. Und ziehe das Element hier rüber. Und dort wo die hellblaue Linie erscheint. Also jetzt zwischen dem Element und dem Element. Dort wird das eingefügt. Momentan wird es hier oben eingefügt werden. Jetzt wird es hier unten eingefügt werden. Wenn ich es hier rüber ziehe, dann wird es auf der linken Seite eingefügt. Also wenn ich es hier dazwischen möchte, würde ich es hier loslassen. Und dann wird es zwischen den beiden Elementen eingefügt. Ich habe jetzt gerade eine kleine Bildverzögerung gehabt, habe ich mitbekommen. Ähm. Ich versuche es einfach nochmal zu zeigen. Hoffentlich ohne Bildverzögerung. Sonst sieht man die hellblaue Linie nicht am richtigen Ort. So. Ich nehme hier das Textelement. Wenn ich hier unten bin, kommt es unten rein. Wenn ich hier oben bin, kommt es oben rein. Wenn ich es hier rüber nehme, wird es auf der linken Seite angezeigt werden. Auch hier jetzt wieder mit einer kleinen Verzögerung. Leider von der Übertragung. Leider von der Übertragung. Aber wenn ich es hier rüber ziehe, dann kommt es sicher oben rein. Drei. So. Das heisst, wir haben jetzt zwei neue Elemente hinzugefügt. Wie gesagt, das funktioniert mit jedem Element genau gleich. Wenn ich ein Bild möchte, würde ich auch das Bild einfach an die Position hinziehen, die ich möchte. Momentan belassen wir es mal bei Text und Bild. Ich gehe später sicher noch alle anderen Elemente durch und erkläre, was sie machen. Dann haben wir hier einen Ordner. Mit diesem Ordner öffnen wir unsere Mediathek, die wir ja auch immer sehen, wenn wir ein Logo auswählen oder ein Hintergrundbild. Allerdings sind wir hier in der Mediathek in einer reinen Verwaltungsansicht. Das heisst, ich kann hier Ordner erstellen, Sachen hochladen, Sachen verschieben. Aber ich kann nie von da ein Element irgendwie auf die Webseite drauf bringen. Im Website Creator wählen wir immer das Element auswählen, was geändert werden soll. Von dort aus die Mediathek öffnen und dann weiss der Website Creator, woher die Datei soll. Also reine Verwaltungsansicht von eurer Mediathek. Das braucht ihr wahrscheinlich nicht ganz so oft. Meistens ladet ihr die Sachen gerade hoch, wenn ihr sowieso schon bei dem Element sind, das ihr bearbeitet. Aber vielleicht ganz am Anfang ist es noch praktisch, wenn ihr schon wisst, die 50 Bilder brauche ich auf der Webseite. Dann können wir kurz Detail aufmachen, alle aufs Mal hochladen und dann ist die Sache erledigt. Gut, das können wir wieder mit dem Kreuz schliessen. Und dann haben wir hier Inhaltsreihenfolge. Und das sind unsere Inhaltsabschnitte. Und wir haben mindestens immer einen Abschnitt, sonst können wir keine Elemente platzieren. Also das ist eben die grüne Linie, die wir hier oben gesehen haben. Das ist unser Abschnitt 1. Wir können einen neuen Abschnitt hinzufügen. Der hat noch keine Elemente drin, darum ist er entsprechend kleiner dargestellt. Aber wir können sagen, der Abschnitt ist entsprechend an der ersten Position, ebenfalls mit Drag & Drop. Also ich ziehe den hier oben, lasse los und jetzt ist der Abschnitt 2 oberhalb vom Abschnitt 1. Das heisst, ihr habt die Möglichkeit Elemente zu gruppieren und sie auf einmal zu verschieben. Das kann sehr praktisch sein, wenn ihr zum Beispiel Stelleinserate auf einer Seite habt. Und solange ihr keine offene Vakanzen habt, ist das ganz unten. Und sobald wieder irgendeine Stelle gesucht ist oder zu besetzen ist, dann schiebt ihr den Abschnitt ganz hoch, weil es entsprechend wichtig ist für euch. Einfach als Idee, wie man diese Inhaltsabschnitte verwenden kann. Dann haben wir hier kopierte Elemente. Und das ist recht ähnlich wie das Plus. Beim Plus sind Elemente von uns vorbereitet drin. Beim kopierten Elemente sind Elemente von euch selber drin. Wir sehen später noch genau wie das funktioniert. Aber wenn ihr jetzt findet, dass das Bild perfekt gestylt ist oder der Titel, dann könnt ihr den mit dem Symbol kopieren. Also wenn ich da draufklicken, sehen wir hier unten, dass das Element ein Symbol mit den beiden Blättern übereinander. Wenn ich das klicken, dann kommt das Element hier in die kopierten Elemente hinein. Und ich kann das immer wieder auf allen meiner Seiten verwenden. Und es übernimmt immer den Stil. Auch hier ein Werkzeug, das euch sehr, sehr, sehr viel Zeit sparen kann. Dann habt ihr hier noch einen Button rückgängig machen. Mit dem könnt ihr zu Vorgängerversionen zurückspringen. Also jedes Mal, wenn ihr hier auf Speichern drückt, erscheint dort eine neue Version. Und ihr könnt beliebig zwischen diesen Versionen hin und her springen. Und ganz am Schluss haben wir auch noch ein Fragezeichen, das uns die Hilfe öffnet. Da findet ihr zu fast jedem Element und zu fast jedem Thema im Website Creator auch noch mal Unterstützung. Überall, wo so ein Camcorder hinten dran hat, habt ihr sogar ein Video, wo ihr könnt schauen, wo das noch mal erklärt wird. Also, wenn es im Webinar vielleicht noch irgendwo auch noch eine kleine Frage offen ist, könnt ihr am Schluss die Frage natürlich stellen. Und wenn es zeitlich nicht reicht, unbedingt in die Hilfe hineinschauen, dann findet ihr auch fast Antworten zu allem. Gut. Jetzt geht es darum, dass wir ein Element einmal entsprechend platzieren oder umplatzieren. Und das machen wir, indem wir, das haben wir schon gesehen, hier zum Beispiel ein Bild nehmen und das hier reinziehen. Und dort, wo die hellblaue Linie erscheint, dort wird das Element angezeigt. Also jetzt ist das Element zwischen diesen beiden Elementen platziert worden. Wenn ich ein Element verschieben möchte, dann habe ich da bei jedem Element oben so einen blauen Griff. Und wenn ich dort greife, auch wieder mit drag and drop, also klicken, klickt behalten und die Maus bewegen, dann bewege ich das Element und kann auch dann wieder schauen, wo ist die blaue Linie. Und dort wird es eingefügt. Also die hellblaue Linie zeigt euch immer an, wo das Element eingefügt wird. Wenn ich jetzt einfach die Reihenfolge ändern möchte und das unteres Bild schieben würde ich jetzt loslassen. Und dann ist der Text unten dran gelandet. Jedes Element hat auch so ein Zahnrad und das öffnet die Einstellungsbox auf der rechten Seite. Die kennen wir ja schon vom Logo und vom Hauptbild oben dran. Jedes Element hat ein wenig andere Einstellungen. Das Textelement ist das Einfachste. Da habt ihr wirklich die wenigsten Einstellungen. Und alles, was ihr da machen könnt, könnt ihr eigentlich auch bei jedem anderen Element machen. Wir haben nämlich alles wie eine Box. Und die Box ist das, was jetzt blau umrahmt ist, wenn das Element gerade in der Bearbeitung ist. Und jedes Element hat eine Box. Das heisst, diesen Part könnt ihr sowieso immer ändern. Und zwar können wir hier zum Beispiel eine Hintergrundfarbe setzen. Dann ist die ganze Box entsprechend jetzt schwarz geworden. Wir können das auch braun machen oder grau oder weiss. Ich lasse jetzt mal schwarz, das ist schön auffällig. Dann sehen wir später, wenn ich das Element kopiere, dass eben diese Stile auch übernommen werden. Dann haben wir die Möglichkeit, da einen Rahmen zu machen. Ich mache das jetzt ein wenig breiter. Vielleicht 10 Pixel breiter Rahmen. Rahmenfarbe auch braun. Und jetzt sehen wir, da haben wir schon einen braunen Rahmen um das Element gemacht. Wir können auch noch die Ecken ein wenig abrunden. Damit es nicht so extrem harte Ecken sind. Und wenn wir möchten, hätten wir auch da die Möglichkeit, einen Schatten anzuzeigen. Ich bin nicht so Fan von Schatten. Das Web ist auch eher wieder flach geworden. Also ohne irgendwelche 3D-Dimensionalität. Und der Schatten gibt halt diese 3D-Dimensionalität. Darum, für mich aktuell zumindest, nicht modern. Es kommt sicher irgendwann wieder, dass 3D cool ist im Web. Momentan reden wir eigentlich immer von modern, wenn wir ein flaches Design haben. Und darum verzichte ich gerne auf Schatten. Dann haben wir auch unten noch Abstände. Und im Web haben wir immer einen Innenabstand und einen Aussenabstand. Der Innenabstand ist der Abstand von der blauen Box bis der eigentliche Inhalt anfängt. In dem Fall den Text, äh Tische und Stühle. Und wenn ich jetzt den Innenabstand einfach mal vergrössere, dann seht ihr, dass da alles mehr in die Mitte hineinrutscht. Weil der Abstand auf jeder Seite grösser wird. Das heisst, es drückt den Inhalt mehr gegen innen. Meistens ist die Voreinstellung von 15 Pixel eine gute Wahl. Das gibt schon mal etwas Luft hinein. Wir sehen, überall hat es so etwas Luft zwischen den Elementen. Aber ich würde da auch nicht zu viel machen. Und probiert es so etwas mit diesen 15 Pixel zu schaffen. Also nehmt vielleicht 0, 15, 30, 45 und 60 Pixel als Abstandswert. Damit ihr die Einheit von 15 immer wieder verwendet. Dann haben wir einen Aussenabstand. Da haben wir jetzt oben 30 Pixel. Der Aussenabstand ist der Abstand von der blauen Linie bis zur nächsten blauen Linie. Oder bis zur vorherigen blauen Linie. Wenn ich das Bild anklicken, habe ich hier die blauen Linie. Und wenn ich in diesem Element drin bin. Das wird jetzt leider vom Texteditor überdeckt. So. Zwischen diesen ist jetzt ein Abstand. Und das sind 30 Pixel. Das ist dieser Abstand. Von hier zu hier hat es keinen Abstand. Auch von hier nach unten nicht. Aber gegen oben hat es jetzt 30 Pixel Abstand. Und das ist genau der Aussenabstand. Wenn wir den jetzt reduzieren. Dann rutscht das Element entsprechend wieder hoch. Und jetzt klebt es so etwas an diesem Bild. Jetzt würde ich einfach auf der rechten Seite auch 15 Pixel Abstand machen. Damit wir hier ein bisschen Luft im Ganzen drin haben. Genau. Jetzt bin ich hier aus Versehen auf die Kette gekommen. Das wollte ich euch nachher eigentlich zeigen. Mit der Kette könnt ihr sagen. Dass der Wert auf jeder Seite gleich sein soll. Oder eben auf jeder Seite anders. Beim Innenabstand. Wenn ihr meistens auf jeder Seite den gleichen Abstand habt. Das sieht einfach schöner aus. Wegen der Symmetrie. Beim Aussenabstand. Kommt es häufig vor. Dass ihr eben nur auf einer Seite einen Abstand geben möchtet. Trotzdem. Ihr habt bei beiden nicht die Möglichkeit. Nur. Eine Seite. Mit dem Abstand zu bearbeiten. Dann haben wir hier jetzt ein spezielles Element gemacht. Wo sicher sich unterscheidet von allen anderen. Jetzt können wir das mal kopieren. Und dann landet das in unseren kopierten Elementen. Und wenn ich das jetzt nehme. Dann kann ich das einfügen. Zum Beispiel unter dem Text. Wieder mit einer kleinen Verzögerung bei mir auf dem Bildschirm. Und wir sehen, dass das Element genau gleich aussehen wie hier oben. Und genau für das braucht ihr auch die Möglichkeit vom Kopieren. Und das letzte was wir hier machen können, ist das Kreuzchen hier. Mit dem können wir Elemente löschen. Und das ist jetzt glaube ich auch nötig. Ich habe gerade relativ viel hier hinzugefügt und ein kleines Chaos gemacht. Darum löschen wir diese Elemente mal. Die wir nicht mehr brauchen. Dann haben wir hier ein Bild. Und ein Bild hat andere Einstellungen als ein Textelement. Wir haben hier zwar auch OC Inbox und Abstände. Das sind die beiden Sachen, die ihr wirklich bei jedem Element habt. Wir haben aber zusätzlich da oben, ganz wichtig, Bild ändern. Wir haben jetzt da so einen Tisch. Das passt nicht wirklich zu meiner Pizzeria. Das heisst, ich möchte das sicher austauschen. Durch irgendetwas, das für meine Seite passt. Am besten ladet ihr natürlich eure eigenen Bilder hoch. Aber ihr dürft auch in unseren Gratisbildern suchen. Ob es irgendetwas gibt, das für euch passend ist. Vielleicht habe ich im Sommer in meiner Pizzeria eine Cocktailkarte. Und ich möchte das bewerben. Dann könnte ich das so hier einfügen. Dann haben wir hier die Beschreibung Alt-Text. Und die Beschreibung ist ein bisschen einfacher verständlich. Alt-Text steht für Alternativ-Text. Und der technische Ursprung für den Alternativ-Text ist eigentlich, wenn ein Bild nicht geladen werden kann, dass stattdessen der Text angezeigt werden kann. In der heutigen Zeit passiert sehr selten, dass ein Bild nicht geladen werden kann. Darum ist dieser technische Aspekt ein wenig weggefallen. Es ist aber noch viel wichtiger geworden im Laufe der Zeit. Suchmaschinen lesen diesen alternativen Text aus. Und schauen ebenfalls anhand davon, was das Thema für eure Seite ist. Das heisst, wenn ihr möchtet, hoch oben bei Google stehen, dann solltet ihr auch im Alternativ-Text sinnvolle Wörter verwenden, die mit eurem Thema zu tun haben. Und noch viel, viel wichtiger. Wir sprechen im Web mittlerweile von Barrierefreiheit. Das heisst, auch blinde Personen sollen Webseiten navigieren können. Und eine blinde Person sieht halt keine Bilder. Aber der Screen-Reader, die Software, die alles vorlesst, was auf dem Bildschirm ist, kann diesen Alternativ-Text aus dem Bild herauslesen und das der blinden Person vorlesen. Und das ist die Messlatte, die ihr euch setzen möchtet. Schreibt den Text hier so, dass eine blinde Person versteht, was auf dem Bild sichtbar ist. Also tut nicht, auch wenn es für Suchmaschinen gut ist, tut dort nicht irgendwie blöd Schlagwörter oder so rein tun. Also nicht irgendwie Cocktail, Sommer, Lecker, das bringt nichts. Sondern schreibt lieber einen Tequila Sunrise Cocktail auf einem Holztisch. in tropischem Raum oder irgendetwas. Ihr wisst, was ich meine. Also schreibt unbedingt in die Beschreibung hinein, was wirklich auf dem Bild sichtbar ist. Dann haben wir hier diverse Einstellungen zur Darstellung des Bildes. Wenn ihr eine fixe Höhe habt, dann wird euch ein Bild ähnlich wie beim Hauptbild oben dran verzogen. Beziehungsweise eben nicht verzogen, sondern irgendwo abgeschnitten. Weil ihr sagt dem Bild, du musst so hoch sein. Meistens empfehle ich das nicht. Und empfehle dann auch nicht Bildskalierung füllen, sondern einpassen. Und fixe Höhe ausgeschalten und einpassen als Skalierungsmethode. Das ist so der natürliche Weg, wie ein Bild im Web würde angezeigt werden. Das ganze Bild ist sichtbar. Wenn wir das hier auf die Seite schieben können, können wir leider nicht. Das ganze Bild, ich kann es schnell so zeigen. Das ganze Bild ist sichtbar, aber es ist auch eingepasst in die Breite dieser Spalte. Also wirklich ideal. Die Bildposition brauchen wir dann nicht. Weil es wird ja nichts abgeschnitten. Das heisst, es ist völlig egal was wir hier wählen. Das passiert nichts mehr mit dem Bild. Bild abrunden sieht nur bei quadratischen Bildern wirklich gut aus. Weil es macht wirklich einen Kreis und dann fehlt halt jetzt oben und unten etwas in diesem Kreis. Wir könnt auch da am Bild einen Rahmen geben. Wichtig hier, ihr habt auch unten wieder Aussehen Box. Das heisst, ihr könnt jetzt theoretisch zwei Rahmen geben. Entscheidet euch am besten frei. Also das Bild kann einen Rahmen haben und die blaue Box um das Bild herum kann auch einen Rahmen haben. Entscheidet euch für eins von beiden, damit ihr nicht einen doppelten Rahmen habt. Ich finde hier schwarz sieht eigentlich gerade gut aus. Es rahmt das Bild schön ein. Wir haben auch da wieder die Möglichkeit Filter anzusenden. Genau wie wir schon beim Hauptbild hatten. Und auch da wieder eine Schattenfunktion. Die zeige ich jetzt nicht noch einmal. Das würde zu lange dauern. Aber wir haben hier etwas Neues. Und zwar einen Link. Und überall im Website Creator, wo ihr Links setzt, habt ihr eine ganz einfache Möglichkeit zu wählen, wie dieser Link funktionieren soll. Die interne Seite gibt euch eine Liste mit all euren Seiten. Und da kommt jetzt der Punkt, der sehr interessant dürfte sein. Ihr seht da auch Seiten, die nicht im Menü dargestellt sind. Das heisst, jetzt könnt ihr zum Beispiel eben beim Klick auf das Bild auf eine Seite verlinken, die sonst gar nicht erreichbar ist über euch das Menü. Und das ist sehr praktisch. Wir können auch da wieder eine externe URL verlinken. Zum Beispiel Wikipedia oder ein Partner von euch. Dann haben wir da die Möglichkeit eine E-Mail-Adresse zu verlinken. Wenn ihr das macht, öffnet sich das Standard E-Mail-Programm beim Sucher, welches einfach eure E-Mail-Adresse als Empfänger schon vor eingetragen ist. Ihr könnt das brauchen. Der moderner und coolere Weg ist aber eher ein Kontaktformular zu machen, anstatt einen E-Mail-Link. Und als letztes haben wir die Möglichkeit eine Datei zu verlinken. Und zum auswählen, welche Datei soll verlinkt werden. Also eine Datei verlinken ist nichts anderes als ein Download anbieten. Gehen wir einfach auf Dateiname DAT und dann öffnet sich die Mediathek. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel euch ein PDF mit eurer Preisliste auswählen. Und sobald jemand auf das Bild draufklickt, wird das PDF abgeladen. Also das ist, wie ihr könnt, einen Link auf ein Bild setzen. Im Text funktioniert das nachher sehr ähnlich. Das sehen wir nachher noch gerade. Und jetzt haben wir auch noch alles in der Box. Auch hier wieder die gleichen Einstellungen, wie wir schon beim Text gesehen haben. Jetzt möchte ich noch kurz auf den Word-ähnlichen Editor zu sprechen kommen. Wir haben hier als erstes so eine Liste mit verschiedenen Stilen. Und ich bitte euch immer diese Stile zu verwenden. Weil das sind vordefinierte Stile in eurem Template, die wir später im Gestaltungsteil neu definieren können. Und überall wo ihr diesen Stil eingesetzt habt, wird nachher das überschrieben mit eurem neuen Stil. Und das garantiert euch die Einheitlichkeit, die eure Seite professionell wirken lässt. Also probiert möglichst diese Stile immer wieder zu verwenden. Wir können gewisse Wörter in Fett darstellen. Wir können Wörter in Kursiv darstellen. Wir können wählen, ob der Text linksbündig, zentriert, rechtsbündig oder im Blocksatz geschrieben ist. Wir können nummerierte Liste machen. Wir können Punktlisten machen. Wir können Links hinzufügen. Ich zeige das schnell. Wenn wir jetzt das Wort bearbeiten möchten, verlinken, gehe ich einfach hier auf das Kettensymbol. Und ich habe wieder genau die gleiche Ansicht, wie wir schon beim Verlinken hatten. Mit der Kette brechen kann ich den Link aufheben. Beim Herzli haben wir Icons, die wir einfügen können. Wenn ich zum Beispiel ich Herzpizza anstatt ich Liebepizza möchte schreiben. Und jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die ich euch empfehlen möchte. Und euch eigentlich darum bitten, diese nicht zu ändern. Wir haben hier die Schriftart, die Schriftgrösse und die Schriftfarbe. Das sind drei Sachen, die ihr nicht in diesem Editor verwenden solltet. Denn diese drei Sachen sollten schon von diesem Stil erben. Und sobald ihr es hier überschrieben habt, erbt es nicht mehr vom Stil. Das heisst, wenn ihr den Stil später anpasst, dann ist das dem Element jetzt egal. Weil ihr habt es schon überschrieben. Es ignoriert den Stil nachher komplett. Und das ist sehr schade, denn wir könnten ja jetzt noch etwas Geduld haben, bis wir im Gestaltungsteil die Stilvorlage anpassen können. Und dann haben wir es sowieso gerade für die ganze Webseite angepasst. Das ist viel weniger aufwendig, als wenn ich jetzt bei jedem hinzugehen und die Farbgabe anpasse, nur weil ich es nicht braun möchte, sondern vielleicht rot. Also habt noch etwas Geduld, geht mal auf die Stilvorlage hier ein. Und erst, nach dem Gestaltungsteil, überarbeiten wir die Stilvorlage für das ganze Template mit euren Farben, mit euren Schriftarten. Und dann sparen wir extrem viel Zeit. Falls ihr trotzdem einmal so etwas gewählt habt und ihr plötzlich findet, mischt, ich möchte es wieder rückgängig machen. Für das habt ihr den Radiergummi. Einfach schnell alle Texte markieren. Den Radiergummi anwenden. Und dann werden alle die Einstellungen hier wieder gelöscht und es erbt wieder von der Stilvorlage. Nehmen wir hier noch weitere Sachen. Ihr könnt Text unterstreichen, durchstreichen, hochstellen, unterstellen. Mit diesem TT könnt ihr den Text dazu zwingen in Grossbuchstaben ziehen. Und dann haben wir noch die Tabellen. Und die Tabellen, das ist so ein Ding. Wir haben ganz am Anfang gehört, dass über 60% der Webseiteaufrufe über das Smartphone kommen. Und die Tabellen eignen sich leider einfach nicht für Smartphones. Weil eine Tabelle hat eine fixe Anzahl Spalten. Und ohne diese Anzahl Spalten macht der Inhalt keinen Sinn mehr. Weil es kann ja nicht irgendwie herumbrechen auf die nächsten Zeilen. Weil sonst die Matrix nicht mehr korrekt funktioniert. Und darum empfehle ich euch immer auf die Tabellen zu verzichten. Ihr habt immer im Kopf, es muss auf dem Smartphone gut aussehen. Wenn ihr auf dem Smartphone mehrere Spalten habt. Stellt euch das mal vor, auf so einem kleinen Gerät drei Spalten. Und dann habt ihr Text. Da passt nicht einmal mehr ein Wort auf eine Zeile. Und dann habt ihr so einen mega langen, schlangen Spaghetti Text. Der einfach nicht gut aussieht. Also wenn ihr z.B. eine Preisliste habt. Die ihr gerne links und rechts immer abwechselt. Also meine Dienstleistung kostet so viel. Dann überlegt euch, kann ich das auf dem Smartphone auch so anzeigen? Nein. Also macht lieber Dienstleistung, Preis, Dienstleistung, Preis. Oder bietet ein PDF mit der Preisliste als Download an. Weil das kann man auf dem Smartphone nachher wieder zoomen und verschieben. Und so wie man gerne möchte. Und dann funktioniert das wieder mit links und rechts. Einfach so. Überlegt euch immer, kann das auf dem Smartphone funktionieren? Und bei Tabellen wissen wir, es funktioniert auf dem Smartphone einfach nicht. Das ist nicht mehr zeitgemäss. Gut. Das zu den verschiedenen Möglichkeiten, die wir hier im Editor sehen. Wir haben jetzt noch weitere Elemente, die wir anschauen möchten. Zum Beispiel haben wir hier das Video Element. Das Video Element erlaubt euch, ein YouTube oder Vimeo Video einzubinden. Und das funktioniert ganz einfach über den Link von diesem Video. YouTube kennt sicher jeder. Ist gigantisch gross. Gehört zu Google. Unterhaltsam. Vimeo kennen wahrscheinlich die meisten. Vielleicht nicht ganz alle. Ist auch ziemlich grosse Video Plattform. Bietet vielleicht noch etwas mehr Privacy Optionen an als YouTube. YouTube ist... Also grundsätzlich empfehle ich YouTube. Weil ihr habt auch nochmal einen Kanal, wo ihr neue Besucher gewinnen könnt. Wenn euch so ein wenig Privatsphären und vielleicht so ein wenig Einstellungen beim Video wichtig ist, ist Vimeo besser. Zum Beispiel könnt ihr das Video mit einem Passwort schützen. Oder ihr könnt auch sagen, dass das Video nur auf eurer Seite eingebunden werden darf und auf andere nicht. Die Möglichkeiten habt ihr halt bei YouTube nicht. YouTube ist wirklich... Denkt zum Leute erreichen und die massenhaft erreichen. Also wählt einen von den beiden Anbietern und laden euch ein Video dort auf und auf der Webseite ein. Dann haben wir noch Layout Elemente. Hier haben wir einfach horizontale Trennlinien, vertikale Trennlinien, Zwischenabstände. Also ein Abstand, wo ihr zwischen zwei Elemente machen könnt. Und ein I-Frame. Ein I-Frame brauchen wir immer dann, wenn wir etwas auf der Seite anzeigen möchten, das der Website Creator nicht oder gar nicht wissen kann. Zum Beispiel das aktuelle Wetter. Woher soll der Website Creator wissen, was für Wetter irgendwo ist? Das können wir nicht unbedingt herausfinden. Aber mit einem I-Frame können wir zum Beispiel einen Wetterdienst einbinden. Und dann seht ihr immer das aktuelle Wetter an einem Standort. Ihr könnt auch ein ganzes Forum oder ein Gästebuch per I-Frame einbinden. Also ein I-Frame bindet grundsätzlich einfach eine andere Website ein und zeigt sie auf eurer Webseite an. Und wenn das optimiert ist vom Provider dieses I-Frame, dann merkt man gar nicht, dass das eine andere Webseite ist. Wir haben eine Seite gemacht, wo ihr alle, oder nicht alle, aber sehr viele verschiedene Beispiele für I-Frames seht. Und das ist sicher gut, um das mal anzuschauen. Dann haben wir hier Buttons. Wir haben hier verschiedene Buttons. Ein Button ist nichts anderes als ein Link, der eigentlich auffälliger ist. Das heisst, wenn ihr wollt, dass jemand einen Link anklickt, nehmt ihr meistens einen Button, weil visuell ist der viel auffälliger als ein normaler Link. Und dadurch klicken wir viel häufiger drauf. Meistens wählen wir den Text im Button so, dass auch noch irgendein Verb im Imperativ drin ist. Also irgendeine Befehlsform. Zum Beispiel jetzt herunterladen oder hier anmelden. Also irgendetwas, das Leute dazu auffordert, eine Aktion auszuführen. Grundsätzlich sind die Buttons im Hintergrund alles genau das gleiche Element. Sie sind einfach anders gestaltet. Ihr könnt nachher dann auch die Hintergrundfarbe, die Schriftart und die Icons, die vorkommen, jederzeit anpassen. Also, ihr seid nicht eingeschränkt, so wie ihr es da seht. Ihr könnt nachher weiterhin noch den Button bearbeiten, wie ihr es gerne hättet. Dann haben wir hier zwei Galerie-Typen. Die eine Galerie ist eine Lightbox-Galerie. Die erlaubt euch, eine so kachelförmig aufgelistete Bilder darzustellen. Und wenn man draufklickt, öffnet sich gross. Nachher haben wir das Bild in der ganzen Grösse. Und dann kann man mit viel links und rechts weiter navigieren, damit wir das nächste oder vorherige Bild sehen. Hier unten haben wir eine Slider-Galerie. Hier sehen wir immer nur ein Bild aufs Mal. Aber wir haben auch die Möglichkeit, mit den Pfeilen weiterzugehen. Oder auch mit den Navigationspunkten unten dran das entsprechende Bild zu wählen, das wir gerade anschauen wollen. Hier ist es auch möglich, eine automatische Schleife einzufügen, die alle 5 Sekunden das Bild wechselt. Das heisst, wenn ihr so einen Slider sucht, wo halt immer das Bild ändert nach gewissen Sekunden. Dann ist das das Element, das ihr braucht. Wir haben hier auch ein Kartenelement. Hier können wir Google Maps hinzufügen. Und alle, die einen Standort haben, wo Leute vorbeikommen können, tun unbedingt eine solche Karte auf eure Webseite drauf. Leute sind sich heute einfach gewöhnt, dass sie so eine Google-Karte sehen können. Draufklicken und auf dem Smartphone kann man auch direkt Navigation starten. Also sehr praktisch für eure Besucher. Ich würde es nicht unbedingt machen, wenn ihr nicht wollt, dass Leute vorbeikommen. Sobald ihr so eine Karte habt, gibt es so ein Feeling der Besucher, dass sie vorbeikommen können. Darum, wenn ihr eher nur rein online seid, also einen Online-Job, macht vielleicht lieber keine Karte drauf. Wenn ihr eine Praxis habt oder irgendein Ladengeschäft, unbedingt so eine Karte auf der Webseite anzeigen. Dann haben wir hier diverse Social-Media-Integrationen. Wir können hier bei Facebook zum Beispiel eine Likebox anzeigen. Da könnt ihr einfach Like sammeln und Leute euch in Seiten teilen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, bei Facebook ein Feed anzuzeigen. Das heisst, immer die neuesten Posts kommen zoberst. Dann haben wir hier die Möglichkeit für Twitter, dass man euch folgen kann. Wir haben die Möglichkeit, einen einzelnen Tweet einzubetten. Das ist das Element, das ich am häufigsten brauche. Einen einzelnen Tweet zu zitieren. Mit dem könnt ihr so etwas beweisen, dass irgendjemand etwas gesagt hat auf Twitter. Und dann könnt ihr Stellung zu diesem Tweet nehmen. Finde ich sicher einen von den interessanteren Social-Media-Elementen, die wir hier haben. Dann haben wir auch hier ein Feed. Da könnt ihr die neuesten Tweets von einem Profil anzeigen. Das neuesten ist auch dort immer zoberst. Und dann haben wir unten noch Instagram. Da könnt ihr auch einfach einen einzelnen Instagram-Post einbetten auf eurer Seite. Das unterscheidet sich nicht gross von einem normalen Bild. Ausser, dass es dort noch so ein Herzchen ist. Und dass man die Kommentare unten daran sieht. Also wenn ihr auf Instagram aktiv seid, sicher interessant für euch. Dann haben wir auch ein Download-Modul. Und da besteht schon Download-Liste. Wichtig! Die meisten von euch brauchen dieses Modul nie. Wir wissen schon, dass wir mit jedem Link einen Download machen können. Wir können ihm ein Bild verlinken. Wir können Text verlinken. Wir können einen Button verwenden. Das sind alles viel, viel schönere Arten, etwas zu verlinken oder einen Download anzubieten, als dieses Modul. Das Download-Modul braucht ihr nur, wenn ihr riesige Mengen an Dateien möchtet, zum Download zur Verfügung stellen. Ich sage so, alles über 30 Dateien könnt ihr euch langsam überlegen, das Modul zu verwenden. Alles unter 30 könnt ihr lieber Buttons oder Links einfügen. Das Modul erlaubt euch einfach auszuwählen, welche Datei ihr möchtet zum Download anbieten. Und dann generiert es eine Liste mit Dateinamen, Dateigrösse und einem Download-Knopf hinten. Darum sage ich, es ist nicht visuell nicht so wahnsinnig schön. Darum empfehle ich wirklich einen Button. Wenn ihr z.B. wollt, dass jemand eure Preisliste ablässt, unbedingt einen Button nehmen. Wenn ihr wollt, dass jemand das Anmeldeformular ausfüllt, dann auch einen Button nehmen. Also verzichtet auf die Liste, wenn möglich. Als Letztes haben wir hier noch Formulare und das Kontaktformular Basic und das Kontaktformular Pro. Nehmt auf jeden Fall immer das Kontaktformular Pro. Ich ziehe mal so ein Kontaktformular Pro bei mir rein. Und dann sehen wir hier ein fertiges Formular, das schon bereit wird, um eigentlich zu verwenden. Wenn wir jetzt hier auf die Einstellungen gehen, sehen wir hier noch verschiedene E-Mail-Einstellungen und hier oben ganz wichtig Formular verwalten. Und da haben wir die Möglichkeit, unsere Formularfelder zu definieren. In der ersten Spalte haben wir wieder die Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern. Also wenn ich z.B. möchte, Vorname, Vorname haben, Vorname, Form, Namen haben, so. Dann ziehe ich das einfach hier hoch. Und dann habe ich hier die Reihenfolge anpassen. Was auch sehr einfach und schnell gemacht ist, ist die Breite dieser Elemente anpassen. Ich kann hier 50% und 50%, die Postleitzahl vielleicht nur 25% und die Ortschaft entsprechend 75%. Wir schauen, dass es immer zusammen 100 gibt, dann landet es auf den gleichen Zeilen. Wenn ich jetzt hier anwenden drücke, dann ist das Formular schon viel schlanker geworden. Und einfach psychologisch füllen wir das viel lieber ausfüllen, wenn das nicht so riesig lang ist. Es sind immer noch genau gleich viele Felder, aber es sieht schmaler aus, schlanker aus. Darum füllen wir das so lieber aus. Noch einmal zurück zu Formular verwalten. Wir haben hier auch die Möglichkeit, Felder als Pflicht zu markieren. Da empfehle ich euch möglichst wenig, aber unbedingt die, die für euch wirklich wichtig sind, als Pflicht zu markieren. Dann füllen es die Leute auch lieber aus. Wenn ihr eine Telefonnummer haben wollt, dann macht ihr das Pflicht. Aber viele Leute geben die Telefonnummer nicht gerne einfach so raus. Also überlegt euch wirklich, welche Felder braucht ihr unbedingt. Vielleicht braucht ihr ja den Nachnamen nicht unbedingt, wenn ihr per Du seid mit euren Kunden. Vielleicht braucht ihr ja auch die Postleitzahl und Orte nicht unbedingt. Wir können sie auch ganz löschen, wenn es für euch komplett irrelevant ist. Also schaut, dass das Formular möglichst schlank daherkommt, dass die Leute sich nicht davor fürchten, das auszufüllen. Wir haben hier verschiedene Typen. Was diese bedeutet, sehen wir jetzt dann gerade. Ich mache mal das Formularfeld hinzufügen und dann kommt ganz unten ein neues Feld hinzu. Und ich nenne das jetzt eigentlich mal Abteilung. Wir haben hier verschiedene Typen. Ein Input ist ein Einzieller und ist meistens gebraucht, wenn ihr ein Fact wollt. Also etwas, wo der Benutzer nur eine richtige Antwort geben kann. Zum Beispiel Vorname, Nachname. Da kann er nicht, also er kann theoretisch etwas erfinden. Aber wenn er ehrlich ist, gibt es nur eine richtige Antwort. Also ein Zeiler, eigentlich so wie das Feld Abteilung, was ich jetzt hier ausgefüllt habe. Eine Information, fertig. Textarea ist eher meinungsbasiert und ist ein mehrzieliger Text. Das braucht ihr zum Beispiel hier bei Nachrichten haben wir mehr. Also Textarea. Wenn ihr mehrzielige Antworten eigentlich erlauben möchtet. Nachrichten, ihre Mitteilung, Bemerkungen und so weiter. Alles was mehr als eine Zeile braucht, könnt ihr als Textarea darstellen. Select ist das, was wir jetzt gerade sehen. Das ist so ein Dropdown-Menü, der vordefinierte Werte zur Verfügung stellt. Und man kann nur einen von denen auswählen. Das braucht ihr immer dann, wenn der Benutzer nicht irgendetwas einträgt, sondern nur etwas, das auch möglich ist. Wir werden das nachher gerade brauchen, weil ich werde eine Liste mit Abteilungen. Also welche Abteilung möchten sie kontaktieren? Und dann wollen wir nur Abteilungen auflisten, was es auch wirklich gibt bei uns und nicht irgendetwas. Die Optionsgruppe ist recht ähnlich. Ihr habt dort auch eine vordefinierte Auswahl von Antworten. Allerdings ist das mit diesen runden Pünktchen. Man kann nur eines davon wählen. Das habt ihr sicher auch schon mal irgendwo gesehen. Das braucht man manchmal auch für Frau, Herr oder Ja, Nein. Und das letzte was wir haben, ist die Checkbox. Das ist ein quadratisches Feld, wo so ein Haken hineinkommt. Wenn man es angeklickt hat, das braucht ihr eigentlich immer für Zustimmungen. Also ja, ich möchte kontaktiert werden. Ja, ich möchte den Newsletter abonnieren, ich stimme den AGB zu und so weiter. Also für das braucht ihr so eine Checkbox. Jetzt machen wir da mal Select rein und dann können wir da mit dem das bestätigen. Jetzt für mich ist Abteilung ein Pflichtfeld und dann haben wir da Optionen. Und mit den Optionen können wir verwalten, welche entsprechenden Abteilungen es gibt. Und ich möchte vielleicht mal drei Abteilungen haben. Dann füge ich da mal drei Optionen hinzu. Und dann tun wir da unsere Abteilungen hinein. Zum Beispiel Verkauf oder Marketing. Und vielleicht Support. Und dann können wir auch da das Feld nochmal hochziehen, damit wir es vielleicht vor der Nachricht haben. Und wenn wir jetzt Anwenden drücken, haben wir da ein Feld mit vordefinierten Auswahlmöglichkeiten. Wenn wir nochmal hier zurückgehen zu Formular verwalten, dann sehen wir hier oben noch ein Fensterli Meldungen. Das ist auch sehr wichtig. Da gebt ihr an, was passiert nach dem erfolgreichen Versenden des Formulars. Inline Formular ist der Standard und meistens einfachste und die richtige Wahl. Da wird einfach nach dem Abschicken des Formulars, dort wo das Formular war, eine Erfolgsmeldung angezeigt. Die könnt ihr noch anpassen. Vielleicht schreibt ihr das noch ein bisschen sympathischer als einfach so standardmässig. Aber meistens ist das genau das, was ihr wollt. Es gibt andere Möglichkeiten. Ihr könnt nach dem Abschicken vom Formular auf eine interne Seite weiterleiten. Allerdings müsst ihr jetzt sehr aufpassen, dass der Benutzer nicht verwirrt wird. Weil wenn ihr jetzt einfach auf eure Startseite weiterleitet, dann meint der Benutzer, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Weil er hat kein Feedback bekommen, dass alles geklappt hat. Und dann geht er vielleicht nochmal auf eure Kontaktseite, füllt das Formular nochmal aus. Absenden und er landet wieder auf der Startseite. Jetzt ist er zweimal auf die Startseite gekommen. Zweimal hat es nicht funktioniert in seinen Augen. Er ist wütend, weil es kaputt ist. Und ihr habt unterdessen schon zwei E-Mails bekommen von ihm. Also es hat niemand gewonnen bei dem. Also passt unbedingt auf, dass wenn ihr auf eine interne Seite weiterleitet, dass ihr die extra nur für das Formular macht. Dass dort gross steht, vielen Dank oder Nachrichten erhalten. Einfach so, dass es klar ist, wieso, dass man jetzt weitergeleitet wurde. Das ist ein gutes Beispiel für eine Seite, die ihr möchtet haben, aber nicht im Menü anzeigen. Also das Auge im Menü durchstreichen. Weil man soll nicht direkt auf die Seite kommen, sondern nur, wenn man das Formular ausgefüllt hat. Sehr heikel, also noch heikler als interne Seite, ist externe URL. Weil ihr könnt theoretisch den Benutzer auf irgendeiner Seite auf dieser Welt weiterleiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dann das Gefühl hat, dass etwas falsch gelaufen ist, ist unglaublich gross. Also dort unbedingt aufpassen und nicht einfach so machen, weil ihr es machen könnt. Sondern zuerst überlegen, ob es sinnvoll ist und der Benutzer davon profitiert, dass ihr ihn weiterleitet. Und eben, dass irgendein Feedback auf dieser Seite oben ist, das sagt Formulare erhalten oder irgendetwas. Das letzte, was wir beim Formular anschauen, ist direkt diese Einstellung. Senden an. Da kommt eine E-Mail-Adresse rein, und zwar eure E-Mail-Adresse. An diese Adresse wird das Formular geschickt, wenn der Benutzer auf Absenden drückt. Und da wollt ihr unbedingt eure E-Mail-Adresse eintragen, sonst landet das im Nirvana oder bei irgendjemand anderem. Also da kommt eure E-Mail-Adresse rein. Absender-Adresse könnt ihr eigentlich so lassen. Wir haben da noch die Möglichkeit, weitere Einstellungen vorzunehmen. Das ist aber eher für fortgeschrittene Benutzer. Also wenn ihr wisst, was SMTP ist, super. Ihr könnt in den E-Mail-Einstellungen im Website Creator das anpassen. Ansonsten könnt ihr das einfach standardmässig so lassen. Und dann haben wir auch noch den Betreff. Auch sehr wichtig. Wenn ihr eine Lehre lernt, dann kommt das Mail mit einem leeren Betreff an. Das ist nicht wirklich übersichtlich nachher in eurem Postfach. Schreibt da etwas rein, das euch daran erinnert, wieso ihr das Mail bekommen habt. Zum Beispiel ganz simpel neue Anfragen über Kontaktformulare. Oder neue Offertenanfragen. Oder neue Anmeldungen für irgendwas. Also wollt ihr den Betreff so wählen, dass es für euch einfach ist, das nachher zu verwalten. Dann habt ihr da unten noch die Möglichkeit, eure Felder, also das Formular visuell an den Start zu stellen. Ich gehe da nicht alles durch, aber da geht es vor allem darum, wie soll der Feldname dargestellt werden. Der Rahmen der Felder, der Hintergrund der Felder, der Absenden-Button und so weiter. Also da könnt ihr nochmal sehr viel ändern und dem Formular euren persönlichen Touch verleihen. Dann kommen wir schon zu der Mobile-Optimierung, also wie unsere Seite auf dem Smartphone aussieht. Und für das haben wir da oben so ein kleines Smartphone, welches Mobile-Ansicht aussieht. Und wie ihr seht, ist alles eigentlich jetzt schon für das Smartphone optimiert worden. Wenn wir da durchschauen, dann sehen wir, dass der ganze Inhalt nur noch eine Spaltung ist und nicht mehr auf mehrer Spalten. Wir sehen aber auch, dass ein wichtiger Punkt nicht mehr so ist, wie wir ihn gerne hätten, und zwar das Logo. Wenn wir nochmal zurück auf die Desktop-Ansicht gehen, das Logo habe ich hier ersetzt. Auf der mobilen Ansicht ist das nicht mehr der Fall. Das liegt an dem, dass das Logo zwar auf allen Seiten synchronisiert wird, jedoch nicht zwischen der Desktop-Ansicht und der Mobile-Ansicht. Das ist absichtlich so gewählt, weil auf dem Smartphone soll das Logo immer horizontal ausgerichtet sein. Auf dem PC kann es durchaus einmal quadratisch sein oder eine andere Form annehmen. Das heisst, wir müssen hier nochmal drauf gehen, das wieder bearbeiten. Das ist gerade eine gute Repetition, also wieder das Bild-Logo auswählen. Dann mit Startseite verlinken, hier unten eigenes Logo verwenden, können wir draufklicken. Dann wieder Gratis-Bilder, in meinem Fall. Ihr nehmt natürlich euer Logo. Und eben, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, ein anderes Logo, das vielleicht besser für das mobile Gerät optimiert ist, zu wählen. Ich nehme einfach wieder das gleiche Logo. Jetzt haben wir es schon da. Noch nicht vergessen, auch da wieder die Hintergrundfarbe zu löschen. Jetzt habe ich da auch gerade das gelöscht versehentlich. Ich muss es schnell mit Maus und Tastatur machen. Mit dem Finger ist manchmal komisch. Dann nimmt es gewisse Aktionen nicht so an, wie es sein müsste. Ah, das ist der Fehler gewesen. Ich habe hier die Deckkraft vom Bild auf Null unten gehabt. Es müsste aber auf 100% sein natürlich, dass wir das Bild sehen. Mein Fehler, excuse. Auch hier wieder keine Ränder, keinen Innenabstand, eigentlich so ideal gewählt. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, noch gewisse Sachen anzupassen. Zum Beispiel können wir mit dem Auge ein Element einfach ausblenden. Dann wird es nur auf der mobilen Ansicht ausgeblendet. Das ist aber nicht empfehlenswert. Weil der einzige Grund, wieso ihr etwas ausblenden würdet, ist, dass es nicht relevant ist. Und wenn es nicht relevant ist, wieso ist es dann auf der PC-Ansicht? Also es ist wirklich, es gibt für mich keinen Grund, ein Element auszublenden. Dazu kommt, dass Google seit Sommer, also seit Juli 2019, Mobile First Indexing macht. Also es schaut die Smartphone-Variante auf eurer Webseite an und nicht mehr die PC-Variante. Das heisst, wenn ihr es da ausblendet auf der Smartphone-Ansicht, dann sieht Google das gar nicht. Und wenn es Google nicht sieht, landet es nicht im Index. Und wenn es nicht im Index landet, dann könnt ihr nicht dafür gefunden werden. Also ihr könnt auch wirklich eurer Auffindbarkeit in der Suchmaschine schaden, wenn ihr das ausblendet. Darum macht das, wenn möglich, nicht. Und sonst nur, wenn ihr wirklich überzeugt davon seid, dass es einen Mehrwert am Benutzer bringt. Auf dieser Seite können wir auch noch die Reihenfolge von diesen Elementen anpassen. Auch das ist meistens nicht nötig. Aber wenn ihr jetzt findet, dass auf der mobilen Ansicht vielleicht das Formular vor dem Text kommen soll, dann könnt ihr einfach das Formular über den Text drüber ziehen und nachher wird die Reihenfolge entsprechend angepasst. Was wir auch noch haben, ist da unten ein Knopf mit einem Pfeil. Wenn wir da draufklicken, kommen wir wieder zurück an Anfang von der Seite. Das kann sehr praktisch sein auf der mobilen Ansicht. Wenn ihr den nicht möchtet, dann könnt ihr oben rechts auf Mobile Optionen gehen und den einfach ausschalten. Dann ist er nicht mehr sichtbar. Ich lasse ihn aber auf jeden Fall drin. Ich finde das eine sehr angenehme Hilfe zum Navigieren. Und das ist auch schon alles zu der mobilen Ansicht. Einfach nochmal wichtig, das Logo anpassen. Es wäre schade, wenn dort nachher so ein Standardlogo drin wäre. Vergessen das auf keinen Fall. Alles andere könnt ihr eigentlich so lassen, wie es ist. Und es sollte alles wunderbar aussehen. Dann schauen wir Gestaltung an. Für das gehe ich zuerst noch mal kurz auf meine PC-Ansicht. Und ich möchte jetzt hier oben auf Template-Einstellungen gehen. Und dann zuerst mal auf Farbschema. Und jetzt haben wir endlich unsere vier Farben, die wir definieren können. Ich bin eine Pizzeria. Das heisst, ich möchte etwas entweder Rot oder Grün, italienische Farben. Und meine Hauptfarbe oder meine Akzentfarbe in dieser Farbpalette ist auf jeden Fall die braune Farbe. Ihr werdet sehen, bei fast jedem Template sticht eine Farbe so etwas raus. Und alle anderen sind Grautöne. Also Schwarz, Grau, Weiss. Oder zwei Schwarz oder zwei verschiedene Weiss Töne. Probiert möglichst mit der Akzentfarbe zu arbeiten und diese anzupassen. Ich mache die jetzt mal auf Rot. Vielleicht ein kleines Bordorot. Und jetzt ist die ganze Magie schon passiert. Überall, wo ich jetzt korrekt vererbt habe, ist alles auf Rot angepasst worden. Das heisst, im Menü ist jetzt hier Rot und nicht mehr Braun. Wenn wir hier runter gehen, sehen wir auch hier, der Text ist rot geworden. Auch hier der Text ist rot geworden. Er war vorher braun. Also wir haben auch der Button ist rot. Wir haben jetzt mit einem Klick eine Farbe austauschen können. Und das geht nur, wenn ihr hier nicht die Farbe überschrieben habt. Wie ihr seht, ist jetzt auch hier die Farbe ausgetauscht worden. Also überall, wo die Farbe von hierher gewählt wurde, ist sie jetzt ausgetauscht worden. Sobald ihr hier überschreiben geht, wird die Farbe wirklich überschrieben und es erbt nicht mehr vom Template. Und das wäre schade. Schauen wir uns noch die anderen Template-Einstellungen an. Wir haben hier Überschriften. Wir haben hier, da sehe ich auch gerade einen Fehler, da ist noch das manuell gewählt worden. Ich setze das jetzt auf Rot. Bei diesen drei Überschriften. Und jetzt sieht es eigentlich schon mal gut aus. Was mir nicht so gefällt, ist die Computerschriftart, die wir hier teilweise drin haben. Das ist die Space Mono. Ich würde hier lieber eine andere Schriftart haben. Ich nehme mal die Anton Schriftart und dann würde ich überall, wo die Space Mono war, die Anton auswählen, damit wir eben nicht zu viele verschiedene Schriftarten haben und kein Chaos im Stil entsteht. Nehmen wir auch Schriften Inhalt. Da haben wir beim Lead ebenfalls Space Mono. Da würde ich auch gerne wieder Anton rein tun. Nehmen wir auch Roboto, Roboto. Beim Zitat wieder Space Mono. Da haben wir auch lieber Anton drin. Und Achtung, da könnt ihr noch überscrollen. Da haben wir Stilvorlage 1 und Stilvorlage 2. Also ihr seht, ihr habt so viele verschiedene Stile, die ihr vorbereiten könnt. Es gibt fast keinen Grund, nachher zu können manuell irgendetwas überschreiben. Ihr habt, wenn wir das zusammenrechnen, über 10 verschiedene Stile, die ihr verwenden könnt. Und 10 ist schon eher viel. Also ihr könnt schon ein rechtes Chaos anrichten. Darum geht wirklich nicht unten nochmal irgendetwas anpassen. Verwendet noch Stilvorlage 1 und 2, wenn ihr weitere Stile braucht. Und sonst sogar lieber nur mit diesen Lieden. Also für einleitende Texte. Textabschnitt für normale Texte. Textabschnitt klein für Bildunterschriften. Zitat ist klar. Stilvorlage 1 und 2 einfach noch als erweiterte Möglichkeiten, wenn euch wirklich noch etwas fehlt. Aber auch hier jetzt. Space Mono wollen wir loswerden. Und dann haben wir jetzt überall, wo Space Mono war, Anton ausser im Menü. Und das ist beschriften Navigation. Da haben wir auch wieder überall Space Mono. Navigation ist das, was wir jetzt gerade sehen. Subnavigation ist das Untermenü. Und Sekundäre Navigation ist unser unwichtigeres Menü. Das mit AGB, Impressum und so weiter. Auch hier würde ich gerne Anton einsetzen. Und das gefällt mir jetzt schon recht gut. Ich finde, wir könnten hier noch etwas grössere Schrift haben. Dann kann ich hier einfach die Schrift noch etwas hochziehen. Und jetzt haben wir auch eine deutlich grössere Schriftart in der Navigation. Also im Menü, die besser lesbar ist. Und das Letzte, was wir einstellen können, ist die Farbe von Links. Ihr wisst sicher, dass Links immer eine andere Farbe haben als der restliche Text. Damit wir sie auch als Link erkennen. Und meistens ist es gut, wenn es gerade die knallige Farbe ist, wo der Link ist. Ihr könnt das auch noch unterstreichen. Dann sieht man noch besser, als der Link ist. Und Link Cover ist, wenn man mit der Maus über den Link drüber fährt. Dass sich das nochmal verändert. Ich mache das auch rot. Ich mache es aber umgekehrt. So. Also die Links sind jetzt rot. Und wenn man mit der Maus drüber fährt, dann wird es noch unterstrichen. Damit wir wissen, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir klicken. Und das ist alles, was wir eigentlich hier einstellen können. Und das gilt global für die ganze Webseite. Und ihr spart so viel Zeit, wenn ihr das super macht. Und nicht unten drüber gehen. Irgendwie herum basteln. Was auch interessant ist. Was man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Oder was man vielleicht nicht gerade sieht. Wenn man das erste Mal im Website Creator ist. Wenn ihr auf Mobile geht. Dann habt ihr das Farbschema zwar nicht mehr. Aber ihr könnt da noch einmal individuell. Vor allem die Schriftgrössen anpassen. Für eure verschiedenen Schriften. Das ist sehr wichtig. Weil auf dem Smartphone könnt ihr auch nicht eine 100 Pixel grosse Schrift nehmen. Weil es einfach viel zu gross ist für diesen kleinen Bildschirm. Darum nochmal schnell zum Vergleichen. Bei den Überschriften haben wir auch 100 Pixel beim Website Titel. Auf dem PC. Und nur noch 40 Pixel auf dem Smartphone. Ihr könnt da nicht mehr die Schriftart ändern. Das wäre auch wieder inkonsequent. Wir wollen überall die gleichen Schriftarten haben. Egal ob auf PC oder auf dem Smartphone. Aber die Schriftgrösse möchten wir kleiner haben. Damit die Pizzeria hier unten zum Beispiel noch gut lesbar ist. Und nicht riesig ist. Und man nur noch ein P hier sieht. Also schaut auch hier nochmal durch, dass das super eingestellt ist. Dann können wir die Template Einstellungen schliessen. Und uns kurz anschauen, was wir da gemacht haben. Ich finde es ist jetzt schon viel schöner mit dieser Schriftart geworden. Auch da gefällt mir viel besser. Es passt mir mehr für eine Pizzeria als die Computerschriftart, die wir vorher hatten. Auch da ist der Titel viel attraktiver geworden. Natürlich noch nicht auf meine Pizzeria angepasst. Aber insgesamt gefällt mir die Seite so schon viel besser als mit dieser Computerschriftart. Und das ist auch wirklich das Ziel, dass ihr da euren eigenen Touch reinbringt. Mit euren Schriftarten, mit euren Farben. Und dann habt ihr das Template in sehr kurzer Zeit angepasst auf eure Bedürfnisse. Das nächste Thema ist Suchmaschinenoptimierung. Ich speichere das schnell, damit wir nichts verlieren. Und dann gehen wir auf Menüs. Und Suchmaschinenoptimierung passiert eigentlich immer in dieser Ansicht. Beziehungsweise wenn wir auf einen draufklicken, auf einen Menüpunkt. Und dann da unten bei Suchmaschinenoptimierung. Und ich zeige euch gerade schnell, was ihr da alles machen könnt. Wir haben ganz unten in der Suchmaschinenoptimierung. in dieser Ansicht das SEO-Tool. Und das wollen wir eigentlich einfach mal starten. Und mit diesem Tool ist es super einfach, eure Seite für Suchmaschinen zu Grund zu optimieren. Und was wir als erstes brauchen, ist hier ein Haupt-Keyword. Mit dem Haupt-Keyword bringen wir am Tool bei, für was wir gerne gefunden werden möchten. Und es ist wichtig, dass wir jede Unterseite, also Home, über uns, jedes Produkt von uns für ein anderes Keyword optimieren. Ansonsten können wir gegeneinander antreten in der Suche. Und dann stellen wir uns vielleicht selber den Rang, was nicht unbedingt clever ist. Also schaut, dass ihr immer pro Seite ein anderes Haupt-Keyword sucht. Ich bin jetzt zum Beispiel Pizzeria. Pizzeria wäre ein gutes Suchwort für mich. Aber es ist ein wenig kurz und ihr probiert eigentlich immer möglichst ein sogenanntes Long-Tail-Keyword zu wählen, welches aus mehreren Wörtern besteht. Also ein Suchwort. Es muss nicht unbedingt nur ein Wort sein. Es ist eher eine Such-Phrase. Und wir wollen versuchen, durch die Erweiterung des Keywords unsere Konkurrenzen zu minimieren. Wenn ich Pizzeria mache, dann bin ich, blöd gesagt, mit Millionen anderen auf dieser Welt am Konkurrieren. Weil es gibt so viele Pizzeria auf dieser Welt und ich muss theoretisch besser sein als alle anderen, damit ich überhaupt die Chance habe, auf Platz 1 zu kommen. Wenn ich jetzt aber sage, Pizzeria in Zürich, was sowieso viel sinnvoller ist für mich, weil ich will nicht, dass irgendeiner aus den USA bei mir in der Pizzeria isst. Also wäre natürlich schön, wenn er extra zu mir kommt wegen dem, aber sehr unwahrscheinlich. Darum würde ich zum Beispiel eher Pizzeria in Zürich wählen. Und dann habe ich vielleicht noch ein paar hundert Konkurrente. Je nachdem, ob man jetzt Stadt Zürich oder Kanton Zürich. Aber Pizzeria in Zürich ist sicher schon die bessere Wahl. Also gebe ich mal die Pizzeria in Zürich ein. Und sobald wir das Keyword eingeben haben, haben wir auf der rechten Seite einen SEO-Score, der uns zeigt, was wir noch nicht gut gemacht haben. Und sobald ihr das Keyword habt, könnt ihr eigentlich wirklich dieser Liste folgen und einfach abarbeiten, bis ihr da auf mehr als 70 Punkte seid. Ideal sind natürlich 100 Punkte. Ihr müsst nicht immer 100 Punkte erreichen. Achtet euch darauf, dass ihr immer menschlich seid. Tue nicht für eine Maschine wie Google optimieren, sondern für eure Besucher. Google, der Algorithmus von Google wird immer schleier und früher oder später wird Google checken, ob es für Menschen geschrieben ist oder ob es eben für eine Maschine geschrieben ist. Und darum unbedingt immer für Menschen schreiben. Gut, fangen wir mit dem Seitentitel an. Der Seitentitel beinhaltet das Keyword nicht. Das wollen wir natürlich gerade schnell beheben, indem wir das Keyword nehmen und einfach hier unten auch mal einfügen. Und wir sehen, wir haben jetzt schon 37 Punkte bekommen. Der Seitentitel ist kürzer als 20 Zeichen. Das geht dann immer weiter, bis wir irgendwo bei 50 bis 60 Zeichen sind. Das Keyword steht am Anfang des Seitentitels. Das ist ein kleiner Boost, den ihr könnt haben. Allerdings ist das der Punkt, den ich am häufigsten ignorieren kann. Ich schreibe hier lieber die beste Pizzeria in Zürich seit 1992 zum Beispiel. Und dann bekomme ich eben den Punkt nicht mehr. Das Keyword steht nicht am Anfang des Seitentitels. Und der Seitentitel ist kürzer als 50 Zeichen. Das lassen wir momentan mal noch so. Wir sehen nachher dann gerade, wieso, dass ich jetzt noch nicht auf 50 Zeichen kommen möchte. Weil ihr seht da eine graue Box und da kommt nachher noch etwas rein. Also momentan bin ich mal zufrieden mit diesen Punkten und nehme diese. Dann müssen wir als nächstes Seiten-URL optimieren. Das machen wir hier unten. Die URL beinhaltet das Keyword nicht. Auch da legen wir einfach das Keyword rein. Jetzt haben wir diese Punkte. Blöderweise ist diese URL jetzt aber nicht mehr erlaubt. Was wir hier machen müssen, ist alle Grossbuchstaben durch Kleinbuchstaben ersetzen. Und alle Abstände durch das Minus. Wir haben hier jetzt immer noch alle Punkte. Aber wir haben hier eine gute URL. Was wir hier noch machen müssen, ist das Ü durch das UE ersetzen. Wir verlieren dann leider auch den Punkt. Aber Google ist so schlau und checkt nachher, dass UE Ü ist. Also behaltet euch einfach im Hinterkopf, dass ihr theoretisch die 23 Punkte, die ihr jetzt abgezogen habt, noch hättet. Und dann müssen wir eine Beschreibung verfassen. Beschreibung soll auch unbedingt menschlich geschrieben sein. Also klingt dort nicht irgendwie Pizza, Zürich, Essen, Restaurant, Italienisch. Das will niemand lesen. Es soll eine Beschreibung sein, die für Menschen geschrieben ist. Also am besten in Sätze. Und was wir gelernt haben, ist, dass wir in diesen... Am Schluss sollten wir idealerweise 156 Zeichen haben. Was wir in diesen 156 Zeichen super hinbekommen, sind zwei Sätze. Und wir wollen am Anfang eigentlich immer einen informativen Satz, der Vertrauen aufbaut. Und nachher haben wir einen konvertierenden Satz. Also einen Satz, der irgendwo noch ein Verb im Imperativ, also wieder in der Befehlsform drin hat. Und dort wollen wir nicht irgendwie etwas schreiben, wie klicken Sie hier oder... Ja, hier klicken. Das wollen wir nicht unbedingt machen. Wir wollen den Befehl eher auf unsere spezielle... Also auf unsere Webseite beziehen, was wir anbieten. Zum Beispiel bei einer Pizzeria geniessen Sie. Das ist ein viel schöneres, aufforderendes Verb. Es reicht, dass es eine Aufforderung ist. Im Kopf bei uns tut das automatisch auslösen, dass wir auf die Seite gehen wollen. Ich bin kein Psychologe, aber ich weiss, dass es funktioniert. Gut, dann schreiben wir jetzt hier einen Text. Am besten eben zwei Sätze vielleicht. Wir sind die beste Pizzeria in Zürich seit 1992. Oder anders. Seit 1992 backen wir in unserer Pizzeria in Zürich. Feinste italienische Pizzen nach Familienrezept. Was ich da erreichen möchte, ist seit 1992. Das schafft Vertrauen. Dann Familienrezept, das schafft Sympathie. Also ich habe jetzt wahrscheinlich schon viele von mir überzeugen können. Und der letzte Kick geht eigentlich eben noch das Verb im Imperativ. Geniessen Sie bei uns ein Stück Italien. Und da dürfen wir auch gerne ein Ausrufenzeichen machen. Und wenn wir jetzt weiter runter gehen, sehen wir, wie unsere Seite jetzt bei Google angezeigt werden. Wir haben hier die beste Pizzeria in Zürich seit 1992. Dann kommt unsere URL und dann unsere Beschreibung. Und ihr möchtet, dass das möglichst voluminös ist. Darum schreibt nicht nur ein Wort dabei. Es sieht dann leer aus. Es verschwindet nachher in den Suchresultaten. Und je mehr Leute bei euch draufklicken, auch wenn ihr nicht auf Position 1 seid, desto höher werdet ihr mit der Zeit kommen. Wenn ihr auf Platz 5 seid, aber mehr Klicks bekommen als Platz 1. Was denkt der Google ist eigentlich schon so schlau. Und zeigt euch nachher irgendwann auf Platz 1 an, wenn der Platz 1 weniger Klicks bekommt als ihr. Also wichtig ist, dass euer Suchresultat so attraktiv ist, dass Leute draufklicken. Das ist eigentlich das Wichtigste. Nebst dem Inhalt, welcher nachher natürlich auch interessant sein soll. Und Leute nicht dazu bringt, gerade wieder wegzugehen. Oder ihnen etwas auslöst, das die Leute nicht gerne sehen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt unser Suchresultat gut optimiert. Wir haben da jetzt einen SEO-Score von 67. Wir schauen aber noch mal kurz hier. Wir hätten da 23 Punkte mehr, weil eigentlich habe ich das Keyword in der URL. Das heisst, ich hätte da noch mal 23 Punkte mehr, also 90 Punkte. Und 90 Punkte ist über 70, also sehr gut. Wir haben so 90% eigentlich das gemacht, was wir machen sollten. Wir verlieren da noch ein wenig Punkte. Das schauen wir jetzt gerade an, wie wir das noch flicken. Eben mit dem grauen Balken, den wir da noch haben. So schnell da anwenden, dann nicht vergessen zu speichern. Und wir gehen jetzt mal da zu Einstellungen. Und bei Einstellungen haben wir da etwas, wo Titel der Webseite heisst. Und da wollt ihr den Firmennamen von eurem Projekt eintippen. Meine Pizzeria nenne ich jetzt einfach einmal Pizzeria Fantasia. Und dann mache ich Speichern. Und wir gehen zurück nochmal ins Menü. Und dann auch da wieder auf Home. Und schaut nochmal zuunterst beim SEO-Tool. Und was jetzt passiert ist, dass Pizzeria Fantasia, den Firmennamen, wird hinten an Titeln angehängt. Und das sehen wir nachher auch da unten. Es ist jetzt noch voluminöser geworden, unser Suchresultat. Und das zählt aber zu diesen Zeichen dazu. Und man sollte 50 bis 60 Zeichen haben. Und jetzt haben wir genau 59. Also eigentlich haben wir den Platz fast perfekt ausgenutzt. Man könnte noch ein Zeichen mehr reinmachen. Aber das ist wirklich nicht notwendig. Und jetzt haben wir auch nochmal Punkte bekommen für das. Der einzige Abzug, den wir noch haben, ist, dass das Keyword nicht am Anfang steht. Also haben wir jetzt 95 Punkte von 100 möglichen. Und mit diesem Ergebnis können wir wirklich mehr als zufrieden sein. Und wir haben auch wirklich gute Chancen, dass Google uns da irgendwo gut anzeigt. Auch da wieder Speichern nicht vergessen. Und so optimiert ihr jede Seite bei euch. Also ihr macht das nicht nur für Home. Ihr macht das nachher für jede andere Seite. Auch möglichst immer für ein anderes Keyword. Jede andere Seite ist vielleicht ein wenig übertrieben. Wenn ihr Seiten habt, die euch egal sind, wenn ihr nicht gerankt werdet. Z.B. eure Kontaktseite oder euer Impressum, eure AGB. Die müsst ihr ja nicht optimieren. Weil ihr wollt nicht unbedingt, dass diese in der Suche erscheinen. Dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Aber für alle Produkte von euch vor allem. Und die Dienstleistungen und eure Startseiten. Die sollten unbedingt alle optimiert werden mit dem SEO Tool. Wir schauen nochmal schnell in die Einstellungen hinein. Wir haben da nämlich noch andere Sachen. Man könnte automatisch den Speicher ausschalten. Ihr habt gesehen, im Editor hat es alle 10 Minuten automatisch gespeichert. Das könnt ihr ausschalten, wenn ihr das nicht möchtet. Ich lasse es drin. Es ist immer gut, wenn man vielleicht doch mal vergisst zu speichern. Dass man maximal 10 Minuten verlieren kann. Dann haben wir auch Google Analytics ID. Die Leute, die wissen, was Google Analytics ist. Da kommt die ID rein. Alle anderen interessiert das eigentlich nicht. Dann haben wir auch noch einen Datenschutz-Hinweis. Ihr kennt das sicher auch. Überall auf der Webseite gibt es jetzt so einen Banner, wo etwas über Cookies steht. Das könnt ihr hier ebenfalls schreiben. Wir verwenden Cookies. Und hier ein Button Text, der heisst akzeptieren. Oder zu den Datenschutzerklärungen. Und dann können wir auch eine Seite verlinken, wo mehr Infos dazu gibt. Jetzt wollen wir noch den Passwortschutz anschauen. Hopla, da haben wir vergessen zu speichern. Speichern natürlich nicht vergessen. Dann wollen wir auch den Passwortschutz anschauen. Und da können wir einen neuen Benutzer anlegen, der nachher Zugriff hat auf unsere verschiedenen Seiten. Und da haben wir grundsätzlich einen Vornamen, einen Nachnamen, ein Benutzernamen und das Passwort. Vor allem wichtig sind Benutzernamen und Passwort. Mit dem lockt sich nachher der Benutzer ein. Und da unten wählt ihr, welche Seite er besuchen darf. Ich habe ganz am Anfang Unternehmen und Kontakt limitiert. Und das sind auch die, welche wir jetzt zur Auswahl stellen. Ich kann jetzt sagen, den Benutzer auf nur Unternehmen anschauen. Kontakt aber nicht. Und dann würde ich hier speichern und dann wird der Benutzer aktiviert werden. Also ihr seht, es ist wirklich sehr einfach Benutzer zu erstellen. Ihr könnt nachher dem Benutzer die Informationen zukommen lassen. Und nachher habt ihr sofort die Passwort geschützte Seite. Das letzte, was wir jetzt noch anschauen, ist der Online-Shop. Und den finden wir hier. Gut, das können wir jetzt mal verwerfen. Und der Online-Shop ist wirklich sehr, sehr einfach aufgebaut. Also ihr wisst grundsätzlich sowieso schon, was ihr braucht, wenn ihr etwas verkaufen wollt. Und ihr findet das alles im Website Creator. Als erstes haben wir hier Produkte. Wir können ein neues Produkt hinzufügen. Das Produkt hat einen Namen, eine Beschreibung. Ihr könnt dem Produkt einen Preis geben. Es kann optional in Aktion sein. Also in einem Sale. Eine Artikelnummer. Die braucht ihr einfach, damit das System eine eindeutige Nummer hat. Wenn ihr irgendein Inventarsystem habt, nutzt ihr doch gerade diese. Ansonsten könnt ihr einfach 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Dann könnt ihr ein Gewicht vergeben. Das braucht ihr nur dann, wenn ihr auch die Versandmethode nach Gewicht steuert. Also z.B. bis 2,7 kg. Ab 2,9 kg. Und was ihr meistens auch müsst machen, ist den Bestand zu verwalten. Weil ihr nicht, zumindest von physischen Produkten, nicht unbegrenzt von einem Produkt habt. Und was soll passieren, wenn das Produkt ausverkauft ist? Entweder kann man es weiterhin bestellen. Dann habt ihr halt einen Lieferrückstand. Oder es wird als ausverkauft angezeigt. Was so ein bisschen der Standard ist. Oder das Produkt wird komplett ausgeblendet. Das ist vielleicht sinnvoll, wenn ihr Antiquitäten verkauft, wo ihr nur Einzelstücke habt. Dann wird das Produkt am besten ganz ausgeblendet, wenn es ausgeverkauft ist. Weil ihr wahrscheinlich das genau gleiche Produkt nicht noch einmal habt. Dann können wir Produktoptionen hinzufügen. Das braucht ihr z.B. wenn ihr T-Shirts verkauft. Dann könnt ihr sagen, das Produkt gibt es in Gelb, Blau und Rot. Und in der Grösse S, M und L. Das heisst, wir haben zwei Optionen an drei verschiedenen Werten. Und dann könnt ihr automatisch nachher generieren drücken. Und dann macht es euch neun verschiedene Varianten. Also Gelb in S, Gelb in M, Gelb in L, Blau in S, Blau in M usw. Also jede Kombinationsmöglichkeit generiert es euch. Wenn es eine von denen nicht gibt, kein Problem. Dann könnt ihr sagen, das gibt es nicht. Und der Bestand ist nachher auch verwaltbar pro Variante von diesem Produkt. Ihr könnt selbstverständlich auch Kategorien hinzufügen. So wie Bilder. Also wirklich sehr einfach. Auch Kategorie und Produktoptionen haben wir hier noch einmal. Hier sehen wir unsere Bestellungen. Hier sehen wir die Bestellnummern. Wer hat bestellt, wann hat er bestellt, zu welchem Betrag hat er bestellt und in welchem Status befindet sich Bestellung. Ist die eingegangen, ist die gezahlt, ist sie versendet, ist sie abgeschlossen, ist sie storniert. Alles, was man eigentlich braucht, um Bestellungen sauber zu verwalten. Dann haben wir hier noch die Darstellungsoptionen. Da können wir für Desktop, also für eine PC, so wie für Mobile, also Smartphone, die Darstellung wählen. Ich gehe da nicht zu tief drauf ein. Am besten schaut ihr euch das alles durch. Und tun euch für das entscheiden, was euch am besten gefällt. Da geht es wirklich darum, wie viele Produktzählen nebeneinander angezeigt werden. Auch hier die Detailseite könnt ihr noch individuell gestalten. Den Text, der im Warenkorb ist. Wenn ihr z.B. ab 100 Franken Bestellwert bekommt ihr noch gratis das und das dazu. Das ist super im Warenkorb. Wenn der Warenkorb nachher 80 Franken ist. Dann legt vielleicht den Besucher noch einen Artikel mehr in den Warenkorb, damit ihr über die 100 kommt. Also so könnt ihr super auch nochmal Upsells generieren. Und am interessantesten sind eigentlich hier die Einstellungen. Wichtig, der Shop soll auf der Seite angezeigt werden, sobald ihr möchtet, dass der Online ist. Und da haben wir wieder das, was wir ganz am Anfang des Webinars gesehen haben. Die Einstellungen zu den Waren und zu den Mehrwertsteuern. Die ist standardmässig deaktiviert, weil die meisten, die mit uns starten, sind Startups und sind noch gar nicht mehrwertsteuerpflichtig. Wenn ihr sie braucht, könnt ihr sie aktivieren. Dann haben wir auch Online-Shop-Informationen. Auch sehr wichtig. Kontaktangaben. Und noch wichtiger eigentlich Kontoangaben. Da könnt ihr eure IBAN und so weiter angeben, damit die Leute per Banküberweisung zahlen können, nachdem sie bestellt haben. Dann haben wir unten auch noch die Möglichkeit, AGB sowie eine Widerrufsbelehrung zu verfassen. Bei den E-Mail-Einstellungen sehen wir, was für verschiedene E-Mails das verschickt werden. Ihr habt hier also Platzhalter. Oder man sieht es hier, Order-NR. Ihr könnt mit diesen Platzhaltern auch den Vornamen zum Beispiel nehmen. Und dann habt ihr eine Hallo-Vorname. Und dann wird automatisch der Vorname von dieser Person eingefügt. Ihr könnt sehr individuelle E-Mails verschicken, die automatisch nach der Bestellung rausgehen. Dann haben wir hier Versand- und Lieferbedingungen. Das braucht ihr unbedingt. Ihr könnt je nach Region andere Versandkosten haben. Oder je nach Gewicht andere Versandkosten. Ja, das sind so die Sachen, die ihr eigentlich machen könnt. Und jetzt das Allerinteressanteste. Zahlungsmethode. Vorkassen ist Banküberweisung. Das könnt ihr super brauchen. Ähm. Ich brauche es meistens nicht mehr, weil jeden Tag den Kontostand prüfen und schaue, ob die Zahlung gekommen ist. Und dann gibt es solche auch mit Einzahlungsscheinen. Manchmal ist es ein wenig mühsam. Aber unbedingt brauchen wir am Anfang sehr praktisch. Kauf auf Rechnung würde ich am Anfang vielleicht nicht empfehlen. Ausser ihr könnt wirklich das auch finanzieren, wenn halt mal jemand nicht zahlt. Ähm. Passiert leider doch noch häufig. Per Nachnahme. In der Schweiz ist es jetzt nicht das interessanteste. Vielleicht findet ihr es aber cool. Interessant wird es da. Wir haben hier Stripe und Paypal. Bei Paypal kennt ihr wahrscheinlich alle. Einen Zahlungsdienstleister, wo man sich einloggen kann. Und dann mit einem Guthaben zahlen. Oder mit einer hinterlegenden Kreditkarte. Stripe dürftet ihr die wenigsten kennen. Aber ich bin mir sicher, ihr habt sicher schon mal irgendwann mit Stripe bezahlt. Das ist einfach ein Kreditkartendienstleister. Wo ihr euch das Feld bekommt. Kartennummer, Inhaber, Ablaufdatum und CVC Code. Und wenn man dann auf bezahlen drückt, ist das Geld innerhalb von wenigen Sekunden. So zu sagen, schon bei euch ausgezahlt wird es. Wie ihr da lesen könnt. Nach zwei bis sieben Tagen. Meistens sind es zwei Tage. Ich habe sehr selten erlebt, dass es wirklich sieben Tage dauert. Jetzt mit Paypal könnt ihr recht einfach verbinden. Ihr habt hier eine Anleitung. Ihr braucht hier zwei verschiedene Schlüssel von Paypal. Die bekommt ihr, wenn ihr der Liste gefolgt seid. Bei Stripe ist es noch einfacher. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr automatisch schon zu Stripe. Wir sind dein Partner. Und ihr könnt auch das Formular ausfüllen. Und dann wird es automatisch schon mit dem Website Creator verknüpft. Also wirklich noch viel einfacher als mit Paypal. Stripe braucht ein wenig mehr Informationen. Ihr müsst dann häufig auch noch Ausweisdokumente aufladen. Die beweisen, dass ihr eine reale Person seid. Das ist so alles, was ich euch zum Onlineshop hätte erklären wollen. Und wir sind somit auch am Ende des Webinars. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Und dann würde es mich sehr freuen, wenn wir uns sehr bald wieder sehen. Vielleicht in einer Kundenbeziehung, wo ihr euch für unser Produkt entschieden habt.